vielleicht stellst du dich gerade mal kurz vor für unsere community oder so woher also ich kenne dich ja sowieso schon aus erwin streams und ich glaube mal ich meine auch kasper hat sich mal hat man auf dich reagiert meine ich mich grob zu erinnern nein nein nicht hat er nicht er hat er hat er hat ich habe ein video gegen ihn und gegen holger gemacht also gegen die beiden zusammen war gerne honigwabe zu gast war und kasper meinte dann meine videos seien zu kompliziert um darauf zu reagieren zu kompliziert warum zu kompliziert wegen der wirtschaftsthematik oder in welchem bezug also ich weiß ich nicht er meinte nur zu kompliziert also er hat auf diese ganzen ökonomischen argumente immer wieder reagiert deswegen verstehe ich nicht warum auf mein video nicht reagieren wollte aber als er auf erwin reagiert hat der die gleichen ökonomischen argumente gebracht hat wie ich ich habe noch ein paar studien und so dazu rausgesucht das hat mir halten weil es bei mir vorbereitet das video war und bei erwin halten spontaner stream achso okay was muss das mal hier zuschneiden noch ja ich habe ich weiß ja beim thema wirtschaft da bist du voll drin ich habe schon star darauf angesprochen weil er von uns auch sage ich mal derjenige ist der wirtschaftlich vielleicht am meisten bewandert ist aber auch gesagt nee der ist mir da zu sehr drin da hätte ich glaube ich keine chance ja ja das 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 ding ist halt ich habe mal die ersten fünf sekunden oder sowas seit mal von einem video angeschaut ich selbst noch nicht richtig viel geschaut aber ich bin ein bisschen drin wirtschaftlich aber am ende ja gut dann erzählst du mir halt xy am ende sag ich ja ich nehme das mal so hin wie es ist das ist halt keine produktive diskussion am ende ja aber das thema wukismus ist sowieso denke ich ein gutes thema worüber wir sprechen können gemeinsam ja wie wollen wir das denn was wäre denn da so dein standpunkt jetzt so der wukismus oder shoyoka thematik wie hast du das so wahrgenommen das thema ich bin darauf aufmerksam geworden als shoyoka versucht hat andere streamer weg zu canceln also ich habe das am anfang gar nicht so sehr verfolgt das ist mir egal wenn sich da ein paar influencer wegen irgend solchen gaming preisen streiten ja aber wenn dort leute von twitch massenhaft gewandt werden sollen die einige woke streamer kritisieren dann ist das schon relevanter und erst recht wenn sich da später bundestagsabgeordnete und sogar die amadeo antonio stiftung einschaltet sehr guter punkt das bringe ich nämlich auch immer wieder so ich habe es jetzt hoffentlich halbwegs gut hier eingestellt wir haben ja auch immer auch die leute wir haben ja auch oft leute dann im chat wenn wir uns mit dem thema beschäftigen die dann sagen ist doch nur gossip blablabla ich habe da immer dann den tag gebracht und ich sehe es auch so ist es schon dort mit der politisch deutlich wichtiger ist weil sie da wirklich mächtige medienhäuser vielleicht sogar politiker oder was weiß ich hinter sich hat wie zum beispiel antonio amadeo stiftung amateo antonio sorry und halt als ich mein mmo und was für medien da überhaupt alles so mitmachen man schon irgendwie ein unangenehmes gefühl dabei weil die auch diese frames die sie da bringt eins zu eins einfach übernehmen und leute dann irgendwie diffamieren mit ihrer reichweite ja also dass ich da so große medien einmischen das ist ja eine reaktion darauf dass shoyoka diesen streit krachend verloren hat also die walkies sind gerade dabei eine mit der politischen niederlage auf twitch zu erleiden und jetzt eskalieren sie das quasi auch noch höheren stufe sie betteln bei amazon beziehungsweise twitch darum dass missliebige streamer gesperrt werden und es mischen sich größere institutionen ein die letztlich die ideologische legitimation für die sperrung der streamer liefern indem sie wieder kritik an shoyoka als mobbing label ich habe auch letztens den deutschlandfunk gesehen der dann sehr manipulativen beitrag zugebracht der deutschlandfunk das haben wir uns auch angeschaut vor zwei wochen die sind generell auch in letzter zeit sehr manipulativ aufgefallen würde ich auch sagen ja und da haben wir ja auch bei freiraum re zum beispiel gesehen dass sie da auch irgendwie freundschaften pflegt da zur aas stiftung sage ich jetzt mal abgekürzt und ich halte das schon für ein gefährliches thema ich sag dann immer wieder jetzt in letzter zeit naja ihr müsst es so betrachten eine shoyoka ist quasi der schlomo der vogue bubble sogar noch wichtiger und mächtiger weil sie halt da wirklich medien hinter sich hat und deswegen ist das ein thema mit dem man sich tatsächlich beschäftigen sollte und ich glaube auch nicht dass diese person einfach in anführungszeichen dumm ist wie es viele sagen und das was sie tut auch wirklich jetzt bewusst tut was weiß ich ein gamer gate 2.0 oder irgendwie sowas künstlich konstruieren möchte würdest du da mitgehen oder wie willst du das einordnen ja absolut da braucht sie nicht mehr persönliche kontakte es reicht völlig dass die walkisten merken dass sie hier in der defensive sind und das dann wie gesagt auf einer höheren ebene eskalieren also da braucht shoyoka nicht mal persönlich kontakt zu irgendwem sondern es reicht völlig aus dass der bundestagsabgeordnete sehen hier bei den jungen leuten die gehen uns auf die barrikaden da schwimmen uns die fälle davon wie retten wir das jetzt irgendwie und wie sie zu so diese die gegenseite jetzt von den argumenten oder wie tief bist du in dem game eigentlich drin seit wann verfolgst du dieses thema mag ich erst mal so also so am rande mitbekommen tut man es ja automatisch wenn man youtube videos oder so guckt also ist ja bei kuchen tv beispielsweise dauernd thema gewesen aber richtig aktiv mich daran beteiligen tue ich erst seitdem shoyoka in jüngster zeit versucht hat nemesis jay riddle und kuchen tv zu zu canceln und das war nemesis und kuchen tv auch erfolgreich beziehungsweise teilweise erfolgreich geschafft nemesis ist mittlerweile wieder entband aber der war jetzt für ein paar tage auch weg oder wie lange war der weg zwei tage wegen eines die cma strikes für den es sachlich gar keine begründung gibt also nemesis hat sich dabei das deutsche zitatrecht berufen und nachdem ist es völlig legal auf werke von anderen zu reagieren sonst wären ja alle reaktions videos illegal richtig richtig finde ich auch irgendwie krass dass man da einfach einen weg striken kann ich meine da hat das doch auch mal gemacht bei was bei scrolls vor ein paar monaten bei kuchen tv oder auch bei kuchen tv okay ja also das ist doch irgendwie immer gefühlt eine bubble die dann auch zu solch ekligen mitteln greift man ja ja exakt der kern dieser handlung liegt nicht in irgendwie persönlicher verdorbenheit von diesen streamer sondern in ihrer ideologie also diese walkie ideologie die hat im freien diskurs sie hat das keine chance sich durchzusetzen wir sehen ja bei schul joker wenn sie für irgendetwas kritisiert wird dann sagt sie das ist eine antifeministische hetz kampagne passiert nur weil ich eine frau bin also 95 prozent einer vernünftig denkenden menschen sagen dann was läuft eigentlich schief mit dir und wenn man dann nur mal diesen freien diskurs hat dann verliert also dann verliert die walk a bubble das heißt wenn sie irgendwie in punktsieg erzielen will dann muss sie diesen freien diskurs irgendwie unterdrücken der freie markt der ideen ist ein risiko für sie ja 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 das ding ist halt hier oder mach du ich würde sogar das große risiko was hier hat besteht wir haben einen kuchen wir haben den scores und alle möglichen die sich klar gegen eine schuljoka stellen und im fall einen scores auch ganz klar gegen die walkie bubble das problem ist hier man muss halt auch dann soll ich einen kuchen oder den scores stärken weil wenn sie einknicken wenn wir jetzt vorstellen ein kuchen mit einer millionen an abonnenten und auch nen scores wenn die einknicken wird kein anderer normie mehr selbst sich wagen die schnauze zu öffnen weil dann kommt eben eine schuljoka und fährt einmal drüber wenn sie es schafft bei einem kuchen einmal rüber zu mähen warum wie wieso kann sich das nicht bei jemandem anderen dann haben wir twitch verloren bei gronk ist es ihnen ja gelungen dass sie bei der hawkorts legacy debatte mit der hatte das alles ja mehr oder weniger angefangen geschafft haben ihn dazu zu zwingen ein spiel nicht zu spielen also in eigentlich eine sehr private entscheidung ziemlich radikal einzugreifen der gronk wurde weggekackt komplett das ziel war ja auch gar nicht dronk sondern das primäre ziel war das andere streamer überhaupt erst gar nicht auf die idee kommen dieses thema aufzumachen um sich kein ärger einzuhandeln deswegen diese shitstorms deswegen dieses sehr aggressive vorgehen das ziel sind nicht diejenigen gegen die der shitstorm läuft sondern die zehn anderen leute die dafür eingeschüchtert werden man muss doch bedenken der gegenwind gegen schuljoka ist gerade ist so groß dass selbst ein dekaldent sich gegen schuljoka gewendet hat wie würdest du das wie würdest du das einordnen also dekaldent hat sich ja das ist jetzt auch schon ein zwei monate glaube ich er hatte sich auch so ein bisschen ausgesprochen gegen sie nicht im sinne von oh sie ist doof sondern er hat gesagt der take war vielleicht nicht der beste und das hat sie ja dann nicht so gut aufgenommen gegen schuljoka gegen eine frau genau als man das ist wohl das verbrechen was du in der szene machen kannst ja das war weil sie den veganismus kritisiert hatte das ist so eine kleine inhaltliche auseinandersetzung auch nicht groß zum tragen gekommen ist also bei den großen linien sehen wir ja dass all diese anderen wolken streamer daran neidern wie die alle heißen sich weiterhin vorbehaltlos hinter schuljoka stellen also das ist keine große verwerfung ich würde da nicht sagen dass wir da ein dauerhaftes auseinanderbrechen der wolken szene erleben ganz kurz unser dritter co-host oder so der ist gerade dazu gekommen sie hat sich auch angekündigt sie wollte unbedingt bei dem talk dabei sein deswegen ist sie jetzt noch mal dazu gestoßen hallo panda hallo entschuldigung ich bin froh dass ich es geschafft habe schön euch hier wieder vereint zu sehen hallo lieber gast freut mich sehr so ich habe jetzt natürlich alles verpasst aber ich bin schon gespannt was hier alles so passiert genau also wir reden gerade über wokismus auf twitch ganz explizit die walkbar will schuljoka dekadent und co ja alles klar seit wann beschäftigt ihr euch eigentlich damit tatsächlich seit anfangen also wirklich seit wir haben ja im anfang februar oder mitte februar haben wir angefangen überhaupt zu streamen also noch sind noch welt hin auf twitch sozusagen und haben dann unser allererstes film ging um die thematik hockhorst legacy ich weiß ob hand hatte das glaube ich damals vorgeschlagen was ist ja eine herry potter genau genau und da haben wir dann halt geguckt wie transfeindliches jk rowling und so haben wir das so ein bisschen aufgearbeitet und spoiler unserer ansicht ist sie nicht sehr transfeindlich sondern bringt relativ normale takes diesbezüglich was aber ziemlich hoch gekocht worden ist und das hat dann dieser book abel überhaupt nicht gefallen weil im meines war der dritte stream hatten wir dann auf das kuchen tv video reagiert das war dann auch noch februar oder vielleicht anfang märz wo er dann seitdem kennen wir übrigens erst also ich kannte sie vorher gar nicht oder dann so gezeigt wurde was damit gronk sache war und so weiter und so fort plötzlich hatten wir alerter wie die ganzen bühnen da hießen in unserem chat und hatten richtig brief mit denen und da haben sie angefangen mich auf twitter zu boxen und also was und dadurch sind wir dann tatsächlich wirklich tief in das game eingestiegen das ist tatsächlich mit eines unserer op themen in diesem jahr gewesen das ganzen streams ja sie waren eigentlich immer dabei ja ihr seid quasi genauso eingestiegen wie nemesis ich meine der ist ja auch bei der hogwarts legacy thematik reingekommen ihm wurde einfach nur also er wollte einfach nur hogwarts legacy spielen das auch in seinem stream ganz normal gemacht und dann sind ganz viele komische walker leute wie die von denen ihr gerade erzählt hat in sein chat gekommen damit als transfeindlich und sonst was beleidigt und er wusste überhaupt nicht worum es geht und dann hat er erst angefangen reaktions streams zu machen da haben sie mir den größten gefallen getan den sie ihm konnten wahrscheinlich oder ich weiß jetzt nicht wie groß nemesis als gamer war aber ich kenne ihn ja auch erst seitdem und sagt ich glaube ich würde mal behaupten seine zahlen sind wahrscheinlich seitdem sehr weit nach oben gegangen oder ja ich glaube ja ja also herzlichen dank kann er da an der stelle ja auf jeden fall auch interessant wie viele leute diese thematik einfach radikalisiert hat in anführungszeichen einfach mitgenommen hat das ist schon ja krass ja das ziel der walkies das war damals natürlich nur dass die leute dann einfach nicht hogwarts legacy spielen also das war die erwartete reaktion genau du hast es ja gerade angedeutet sozusagen ein exempel an bronc in dem fall zum beispiel zu statuieren damit dann die zehn anderen influenza sich gar nicht erst trauen das spiel überhaupt zu spielen online zumindest wie würdest du denn grunks reaktion damals einschätzen hat es ja dann nicht gespielt aber widerwillig also dazu muss man sagen dass sich grunk ja auch laut eigener aussage nicht groß für politik interessiert und er eben so gehandelt hatte wie er wahrscheinlich glaubt am wenigsten ärger zu haben politisch würde ich das natürlich kritisieren weil ich den vorkismus für eine absolut gefährliche ideologie halte aber wenn dir so etwas einfach egal ist wie grunk dann ja entscheidest du halt so ja also so quasi dieser typischen normie take eigentlich würde ich gerne aber ich habe keinen bock auf den stress also lasse ich es bleiben also ja wie gesagt ich würde grunk schätze ich auch vor allem von der persönlichkeit ich glaube da haben wir glaube ich auch schon im stream drüber geredet als jemanden ein zumindest das was ich von ihm immer gesehen habe ja immer möchte 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 er es irgendwie ein recht recht machen nee keiner soll ihn nicht leiden können irgendwie naja aber das problem ist ja wenn du es allen recht machen möchtest am ende machst du es hat keinem recht das ist immer am ende das problem und aus dieser position wenn halt so ein gegenwind kommt ist halt eingeknickt am ende wenn die politik relativ egal ist dann kann es ja auch egal sind ob andere leute dein verhalten als vorbildlich oder nicht sehen bzw welche auswirkungen das auf die gesellschaft hat also also aus politischer sicht ist natürlich absolut verheerend wenn man solchen broken shitstorms nachgibt dadurch gibt man den warkisten nämlich noch mehr diskursive macht dadurch gibt man ihnen macht eben in diesem fall darüber zu entscheiden welche spiele gespielt werden können oder eben nicht ich glaube eine krankheit auch nicht auf unbedingt auf dem auf den zettel gehabt dass wenn jetzt jedes mal ein spiel kommt und die woken haben was dagegen die werden ja genauso handeln warum sollten sie beim nächsten spiel nicht auch sagen das ist der ist ja genauso transfeindlich und du hast schon da Hogwarts Legacy nicht gespielt das darfst du auch nicht spielen er ist halt in keiner position dann in dem er sagt ja nicht das spiele ich jetzt ja ja vor allem dieser vorwurf der transfeindlichkeit ihr hat das ja gerade schon angedeutet der ist ja meistens an den haaren herbeigezogen also bei jackie rowling hat mir bis heute niemand aus dieser bubble irgendeinen beweis dafür vorlegen könnte dass sie transfeindlich ist ihr habt ihr sagt ihr sagt ihr sagt ihr euch mit den beweisen beschäftigt und sie sei auch nicht transfeindlich also das deckt sich auch mit allem was ich dazu bisher gelesen habe ja ja sie hat da du kennst ja den tweet der panda was hat sie damals getweetet damals ungefähr worauf sie sich da mal beziehen da gab es mehrere sachen eins war ja zum beispiel dass sie sich einfach drüber lustig gemacht hat dass da in irgendeinem artikel ich glaube statt frauen wurde geschrieben menschen die menstruieren oder sowas da hat die sich dann drüber lustig gemacht da gab es ja mal ein anderes wort sie hat sie glaube ich geschrieben ja genau das war der wort laut sie hatten da um die menstruierende geschrieben oder menstruierende menschen oder sowas damit sie gibt es da nicht ein wort für lass mich nachdenken oh frauen also sie war nicht schlecht dass das wort frauen nicht benutzt wurde genau dann hat die auch noch irgendwen anders in schutz genommen irgendeine andere frau die halt diese position vertreten hat und solche es gab halt mehrere dieser kleinigkeiten und dann aber es war halt alles absolut harmlos absolut ich glaube auch hier ist das das ist die schwächere position okay wir nebenhin okay sie ist transfeindlich kann ist mir egal ich spiel trotzdem das spiel es kann mir doch völlig egal sein meinetwegen ist sie das meinetwegen meine meinetwegen hat sie ihr ganzes haus voll geklebt mit äh stickern wo drauf steht es gibt hashtag nur zwei geschlechter ja und er trotzdem ändert es ja nicht daran dass sie mit dem spiel an sich eigentlich nichts zu tun hat außer dass sie halt eben die welt erfunden hat aber es wird von anderen leuten ja die wird da ein geld daran verdienen das stimmt aber das jetzt auch nicht ja da wird halt auch über zehn ecken dann irgendeine kontaktschuld einfach aufgebaut eine komplett sinnlose und das mal diese trennung von auto und werk also diese trennung von auto und werk die ist ja eigentlich ein großer fortschritt gewesen dass man sich argumente angucken kann ohne darauf zu schauen wer hat das jetzt gesagt darf ich darf ich da überhaupt darauf reagieren oder gehört jetzt im feindlichen lager also das ist ja für einen freien diskurs eigentlich notwendig dass man auf die argumente schaut und nicht darauf wer es gesagt hat und dann erst recht nicht wer hatte mit demjenigen noch zu tun ja absolut würdest du denn auch sagen es ist wichtig selbst wenn sie jetzt offen transphob wäre und irgendwas jetzt nicht zu krass aber halt schon sagt nö ist nicht ab oder was weiß ich dass man dann irgendwie mit dem harry potter universum nichts mehr zu tun haben dürfte kontakt kontaktschuld mäßig völliger unsinn sind ja auch so schöne bücher also das hat ja damit das hat ja damit nichts zu tun wie gesagt trennung von auto und werk das gilt in der kunst das geht in der literatur und das geht auch jetzt in der wissenschaft in der politischen theorie egal wo man hinschaut eigentlich überall sollte man autor und werke voneinander trennen wenn man inhaltlich diskutieren will aber darum geht es den walkies eben nicht es geht ihnen darum leute quasi jetzt vielleicht nicht explizit in dem fall aber leute mundtot zu machen weil ihnen ihre argumente oder ihre ansichten einfach nicht gefallen ja es geht darum ihre kulturelle hegemonie zu sichern und da sie im freien diskurs wie gesagt keine chance haben einfach zu sagen ihr dürft dieses spiel nicht spielen wir haben gerade zwei sehr gute argumente genannt warum man es doch spiel darf erstens die vorwürfe der transfeindlichkeit sind nicht belegbar zweitens auto und werk sollten voneinander getrennt werden also dieses ihr dürft dieses spiel nicht spielen das hat ja im freien diskurs keine chance diese forderung wenn man aber jetzt shitstorms gegen große stream organisiert oder sogar von plattformen verlangt die zu demonetarisieren oder sie komplett weg zu canceln dann kann man klima der angst erzeugen und damit seine kulturelle hegemonie aufrechterhalten ja genau das genau das sehe ich auch so dass sie das dann immer auf diese art und weise machen wollen sie wollen leute einschüchtern nehmen wir jetzt so vielleicht auch kleinere wie alerta dave und so als beispiel die dann hingehen und die ganze zeit über ein polytopia oder ein sinans woche oder auch mal über uns schreiben um diese leute auch einfach einzuschüchtern oder nemesis als beispiel auch dass sie dann sich da irgendwie entweder nicht mehr trauen was zu sagen oder vielleicht ganz die lust zu verlieren content zu machen und so weiter und so fort das ist so diese vorgegelsweise diese meinungen werden nicht erwünscht sie sollen eben nicht im öffentlichen diskurs vorkommen sie werden ausgelöscht so das mache ich ja mal den kasper was sie ja sagen ihre argumente sind das ist ja das beste was sie haben wenn sie inhaltlich was anderes hätte also wenn sie überhaupt irgendwas anderes hätten als das ist von das ist jk rowling und die hat da über x viele ecken mit zu tun hätten sie was besseres hätten hätten wir davon gehört und dann hätten sie das auch angebracht sie kommen ja nicht absichtlich mit ihren schlechtesten argumenten sondern mit ihren besten sie haben keine argumente das ist ja absolut jk rowling hat damit was zu tun und die hat das gesagt das ist der das ist halt deren form von argument das ist natürlich völlig schwachsinnig aber das ist das beste was sie haben ich hätte einen kleinen vorschlag falls du lust hast agitator wir sind nämlich zeitlich nicht so gut durchkommen eben wir hatten nämlich zwei videos vorbereitet zwei kleine eigentlich nur als jahresrückblick wir haben jetzt noch unser meme video das habe ich vorhin noch kurz so zusammengeschmissen würdest du dir das kurz das geht nur sieben minuten mit uns anschauen wollen also dass du ein kleiner rückblick des jahres und da kommt tatsächlich auch die thematik auf wo er alerta und dave bei uns im chat waren wir sind ja damals in unserem dritten stream wegen diesen leuten für sieben tage gebannt wurden auf twitch dafür haben die tatsächlich auch perfide art und weise hier gesorgt und in dem video kann man auch sehen wie sie dafür gesorgt haben das ist eigentlich ganz interessant auch für die thematik gerade ganz gut passend gut dann schiebe ich dich mal kurz zur seite macht dich ein bisschen kleiner wird man hier gleich den player sieht style kannst du ihm mal den watchtogether link zukommen lassen damit er das ich gebe dir mal die gastrolle damit solltest du den themenkanal unter uns sehen können und da liegt der link drin hier gerade aus unserem chat raus wo ich eben drauf war sie geben dass du einfach privat sonst da muss nicht suchen soja gut dann kann ich dir das auch privat schicken und sie noch kleiner machen okay tatsächlich ja ich werde noch ich werde noch einen anständigen machen ich habe den wirklich nur jetzt innerhalb 15 minuten vorhin gemacht aber das vorsatz fürs neue jahr highlights des jahres werden noch kommen ja vielleicht in ein zwei wochen in ein zwei wochen schon gespannt was hier jetzt kommt das hier sind ein paar erinnerungen sage ich mal eine schöne du kommst auch vor panda keine sorge nein ich habe angst warte ich schiebe gerade mal die cam unter watchtogether ja so geht das oder ja das geht so war das mal kurz so man sieht ihn sehr gut dann schauen uns das an real talk ist eine frage habe ich dann doch noch heißt ihr real talk ist das oder real talk ist das rate was glaubst du ist das passt ja mit dem buchstaben nicht ganz dann hätte bei dem sas das eine s fehlen müssen gute herangehensweise ja moment aber wir haben ja auch folgendes im mode oder halt auch real talk ist das als im mode jetzt haben wir dich noch mehr verwirrt nein wir heißen real talk ist sas aber der gute kasper als er mal auf uns reagiert hat hat halt ein real talk ist das daraus gemacht er hat auch mich gut ist das genannt das mit dem namen das ist so sollen so ein kasper ding aber eigentlich heißen wir real talk ist sas ja er wie nennt uns auch so aber weil er die mien kennt ja da gibt es ein ganzes video wird zusammengeschnitten haben wie kasper und erwin auf uns reagiert haben das ist ja auch mal in unserem opening drin ja aber kasper hat es authentisch eingeführt und alle anderen haben sich mal lustig gemacht war sehr witzig und dann ist es geblieben genau ja die deutsche aussprache ist ja auch schöner absolut kasper bleibt sich treu er ist ein strommer deutscher bursche hallo youtube und schön dass ihr wieder das war im sommer oder so vor dem stream geht das nämlich immer genauso da ist ja nicht wahr ja wenn wir sagen kann das heute da mit der begrüßung hallo youtube wir sind wieder da und haben heute für euch ein video von und ich werde hier ausgelacht das ist nicht mehr zurecht okay dann mache ich das noch mal neu so das war doch das war doch jetzt authentisch eigentlich ich mache jetzt ich mache jetzt letzte chance hallo youtube wir schauen uns heute ein video von ferros an die opfertäter hierarchie der woko haram wir werden mal sehen was der gute ferros da zu diesem thema zu sagen hat es ist ganz neu unser altes logo das alte gute logo wenn es auf youtube kommt wahrscheinlich so ungefähr drei monate alt entschuldigung ich möchte euch nur kurz aber seitdem haben wir irgendwie aufgehört oder panda hat schon lange keine videos mehr anmoderiert weil wir laden auch nichts mehr hoch ja genau was wir laden mittlerweile zwei wo dies pro woche hoch ja ich bin ganz fleißig ja wo dies ist ja was anderes als so einzelne abteile die dann panda anmoderiert das müssen wir mal wieder machen ja ich werde sie darauf hinweisen dass sie einfach jetzt jedes video das wir gucken werden anmoderieren wird auf keinen fall das ist was gutes was zeigen was gemacht wurde werden wir werden wir uns das jahren schon entschuldigung kleines intermezzo damit ja was zum lachen habt schaut euch mal das an aber ich weiß ich weiß nicht einfach legendär eurocreme 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 das war schon gut das eurocreme geld das war schon eine schöne zeit einfach weil dann auf das war die beste zeit trotz trotz allem hass haben dann trotzdem alle irgendwie zusammengehalten es gab ja auch den song den die gemacht haben und so weiter also ja schade dass die sich da wieder so auseinandergedingst haben wegen der wagenkrieg thematik jetzt finde ich ein bisschen schade ich muss da irgendwann vorbeigehen aber es kommt wieder ich kümmere mich schon darum ich werde da wieder vermitteln ich denke es wird es wird wieder eine positivere zeit kommen wir müssen mehr bilder photoshoppen wo erwin und schlomo oder kaspar dann knutschen zusammen sitzen oder so und die werden dann verteilt von wegen echte bilder jetzt hier geleakt und hier mit dem knopf den habe ich nicht hier drin den müssen wir mal hier in den discord reinhauen warte du meinst sicher du meinst sicherlich stehen hier genau das meinst du wirklich stehen das war eigentlich ein spaß aber gut ja ja das das war so gemeint also das unterlegt mit irgendwelchen schönen ja aber die bilder sollte man vielleicht nicht teilen das ist weiß ich nicht die sollte man nicht teilen aber ein bisschen liebe verteilen ich wusste das so kurz ich wusste das so kurz vorspiel wurde mir heute zugeschickt mit der zehn stunden remix viel zu lustig ist das ja der privaten einkommen und des privaten vermögens also porno sind ja prostitution also du bezahlst ja eine frau damit jeder gesext wird oh gott der talk mit vitality der war ja auch was besonderes was jetzt kommt ist übrigens für den agitator recht interessant das ist jetzt von dem alerta stream was sie da mit uns gemacht haben kurz zusammengefasst es ist dann immer noch pause da haben sie uns dann also hier kurze erläuterung für dich da haben sie uns jetzt irgendwie hier die der jane hios das war auch einer von denen er hat uns dann den link gegeben zu diesem dokument die hatten damals extra so ein dokument und jk rowling wo sie ja irgendwie recherchiert haben aufgeschlüsselt haben die böse transfeindlich sie ist was für hatte es von ihr gibt und so weiter und so fort dann kamen sie halt in unseren chat rein wir halt gesagt haben sie ist nicht transfeindlich haben dafür argumentiert ja dann guckt doch mal auf das dokument und lasst uns darüber debattieren und das war unser dritter stream wir waren naiv gutgläubig nachden ja gut wir nehmen uns euch jetzt mit unseren argumenten auseinander wir schauen uns das jetzt hier gemeinsam live mit euch an ja das war unser mindset vielleicht hier nochmal ergänzend hinzugefügt das ist das dokument was auf twitter rum ging das dokument was auch eine schoyoka zum beispiel geteilt hat das dekadente auch ja genau das das bekannteste dokument zu jk rowling auf im deutschen twitter bereich ja die haben da so einige die sammeln immer und dann über erstellen die über jeden dokument es gibt auch ein dokument über scurros über kuchentee flow über polytopia also es gibt über jeden den die gerade anfallen dokument und ich habe mir habe das zu jk rowling auch mal überflogen ich meine hätte ja sein können dass an den vorwürfen irgendwas dran ist und der großteil des dokuments war irgendein wie kontakt schuld das habe ich dann einfach überflogen weil mir das relativ egal war ja an der stelle noch mal betonen seid vorsichtig mit diesen dokumenten die darum gehen sind ja alles diese google docs die können das jederzeit ändern genau und das war uns seit damit haben wir halt nicht gerechnet jetzt pass auf können sie ja mal kurz uns anschauen hier sind dort geht es um transfeindlichkeit von dracke rowling hier findet ihr quellen zu ihren transeindlichkeit das problem ist hier ist halt so viel das kann man nicht alles jetzt so auf die schnelle das ist ja alles eh nur bullshit ich habe über die aussage von stargepail werden das ist alles eh nur bullshit das wird die auch richtig getriggert haben damals ja es stimmt ja halt auch das ist ja alles bullshit ich bin das ich habe das ja vorher so wie ich kannte das ja schon ich habe mir das ja im vorhinein schon mal angeschaut als shoyuka das geteilt hat da steht halt nix relevantes drin da steht gar nichts drin null ja überzeugt nicht überzeugt unser alter unser altes layout ich werde auch gleich aber kurz pink hingehen aber ich bin jetzt auch hier also muss ja vorstellen das bild hier wahrheit on stream live zu sehen ohne den schwarzen balken hier ja also da kannst du ja auch das unzensierteste überhaupt vorstellen was da antideutsche da den ihr da gerade eingeblendet genau höchstpersönlich wir wurden auch in zent also was heißt in zent irgendwie 20 minuten hat er das gemacht damit ihr gesperrt werdet ja ja genau ich dachte er hätte sich einfach nur scherz erlaubt die haben das natürlich dann direkt gemeldet und 20 minuten später während wir live waren wurden wir dann gesperrt während wir live waren haben noch leute gespielt so so geschrieben super man findet euch ja gar nicht mehr und wir waren wie sie wie auf so einem untergehenden schiff wir machen bis zum ende durch und dann war irgendwann der strom weg ja fun fact dazu ich habe natürlich direkt paar minuten später einspruch eingelegt bei twitch habe da auch argumentiert dass wir da reingelegt worden sind das ist uns leid zu dass wir naiv waren blablabla tränendrüsen ein bisschen gab natürlich zwei monate später was wir haben unseren band dann logischerweise die sieben tage schon längst abgesessen zwei monate später kommt dann eine e mail ja okay weil ihr es einseht senken wir eure sperre von sieben auf drei tage hat uns sehr geholfen aber ja fun fact ja normalerweise wird twitch nur aktiv findet damit anwälten gegen vorgässt dass sie die dauerhaft streichen also twitch sieht von selber keine fehler an ja das kriegt man ja mit bei so leuten wie squirrels und kuchen tv hat man das ja schon öfters gesehen dass es dann wirklich leider immer mit hohen kosten dann auch verbunden ist weil du musst ja dann richtig gute anwälte holen und alles ist schon eklig dass sie sich da nicht einfach an das deutsche recht halten und hier ging es dann um unser comeback kann man sogar skippen du kennst real talk ist das real talk ist das schau da hat er es gerade richtig ausgesprochen also er kann es mittlerweile us alles ein wort ja hast du das video gesehen mit der euro creme euro creme das habe ich gesehen großartig alter schwede es ist so krass gut viel spaß großartiger werbespot euro creme pure problem euro creme euro creme euro creme euro creme Eurocreme. 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 Herrlich schwer, wenn du dich kaputt gelacht hast. Alter. Alter. Das war auch gut. Da-da-dam, 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 da-da-dam. Alles mit einer melodischen Untermusik, damit es dramatischer klingt. Und nicht wie die komische Conspiracy Theory, die ich von mir gebe, weil ich Wörter nicht verstehe, die ich nutze. Aber mit dieser melodischen Musik klingt es so, als hätte ich irgendwas entdeckt, was noch niemand von mir versteht. Was ist das für ein komischer Aperillo? Meinst du jetzt die Melodie? Nee, das, was sie sich da gerade auf den Kopf gesetzt hat. Ach, kein Plan, kein Plan. Aber kennst du den Ausschnitts? Kennst du den Ausschnitts? Das ist, äh, da macht die sich über den Equalisten, die kennst du ja sicherlich, die Maxaline, die war hier auch häufiger zu Gast. Äh, da macht sie sich gerade über sie lustig auf TikTok da. Das ist quasi Mobbing nach unten, was da gerade Shoyuka betreibt. Und das war so die Reaktion von Maxaline. Das ist kein Mobbing, das ist Aufklärung. Also, ich glaub, du verwechselst es. Ja, stimmt, bei Shoyuka ist es Aufklärung, sorry. Ich hab vielleicht als Erklärung, äh, was wir im Hintergrund sehen, wie sie da mitsingt. Da hat sie sich über das Video von Maxaline lustig gemacht, hat gesagt, hat sich über dieses Lied halt aufgeregt. Und das Video, was wir im Vordergrund sehen, ist das, was sie selbst auf Insta gepostet hat, mit exakt derselben Musik. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Stimmt, wenn es so ist, ja. Also laut Maxaline war es so, ja. Ich kann die überhaupt nicht ernst nehmen, die labert nur Scheiße. Genau. Ja, das habe ich vorhin nur, äh, kurz zusammengecuttet. Da kommt bald noch eine ausführlichere Version, denke ich. Vor allem, was man beim Äqualisten, glaub ich, dazusagen sollte, ist, dass die, äh, mittlerweile sogar das Land verlassen will, weil die Walken das so komplett übertrieben haben. Also das ist ja diese ganze Cancel-Bande, ähm, Rieflings der Mitte, Shoyuka und die anderen. Die da wirklich alte TikTok-Ausschnitte ausgraben und versuchen, sie in die Nähe von Holocaust-Leugnung und anderen Sachen zu bringen. Das war genau das Nächste, was ich, äh, gerade ansprechen wollte in dem Zusammenhang. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja, ja, ja. Ach, sorry, ich war gerade gemutet im Discord. Das war genau das Nächste, was ich gerade ansprechen wollte, was ich dich fragen wollte. Da hatten wir uns auch vor, äh, anderthalb Wochen, glaub ich, äh, mit auseinandergesetzt. Im Shoyuka-Spezial Nummer 2. Holocaust-Leugnung. Äh, wirft sie ja jetzt hier, sie hat ja einen aufgemacht. Oh ja, ich hab sie gemobbt, es tut mir leid, das war nicht richtig von mir. Aber sie ist halt eine Holocaust-Leugnerin. So hat sie das ja ungefähr gesagt. Ähm, wir haben uns da auch den Ausschnitt, äh, angeschaut, auf den sie sich da bezogen hat. Da hat ja Max Saline so im Groben gesagt, ja, im Zweiten Weltkrieg war nicht nur Hitler der Böse, sondern die anderen waren jetzt auch nicht gerade unschuldig, hat sie so in den Raum gestellt. Was völlig korrekt ist. Absolut. Also jemand wie Churchill, der hat, äh, demokratisch gewählte Regierungen, äh, wegputschen lassen. Der hat, äh, Kolonialaufstände durch Flächenbombardements, äh, niederknüppeln lassen. Der hat ja, ähm, niederbomben lassen. Der hat auch den Zweiten Weltkrieg raus aus den Kriegsverbrechen begangen. Also, der war jetzt nicht nur. Ja, genau. Eigentlich im Sinne. Ja. Also ich würde auch keinen als die Guten bezeichnen. Ja. So, da bin ich ja auch absolut bei ihr. Und da war dann irgendwie eine Holocaust? Nicht nur, also selbst, ich dachte ja erst, es geht um eine Verharmlosung. Selbst, das dachte ich mir, das ist, äh, Bullshit. Aber sie hat ja sogar tatsächlich das Wort Leugnung in den Mund genommen. Also, damit leugnet man doch rein gar nichts. Rein gar nichts leugnet man damit. Es geht nicht um den Holocaust in der Aussage. Gar nicht. Nee, das ist so ein anti-deutscher Take. Du sagst irgendwie, äh, irgendwas über den Zweiten Weltkrieg und ordnest die Verbrechen der Alliierten nur ein. Und, äh, dann bist du auch dramatisch auf Seiten der Nazis und fandst alles gut, was sie gemacht haben. Sobald du sagst, äh, ich find das jetzt nicht so gut, wie man da Dresden plattgebombt hat, oder Hiroshima und Nagasaki, hätte nicht sein müssen. Sobald du das sagst, äh, bist du auf Seiten der Nazis. Ja. Das ist, äh, diese anti-deutsche Argumentation. Damit, also meiner Meinung nach... Die haben sich ja in Deutschland mehr oder weniger zusammengetan. Also, die sind ja mehr oder weniger verschmolzen. Ja. Und, äh, meiner Meinung nach will man damit dann einfach die Leute auch mundtot machen. Da zu sagen, hm, ja, da gibt's auch ein bisschen Kritik, die man da an gewissen Vorgehensweisen hätte üben können oder müssen. Aber, nee, da machst du dich ja mit den Nazis gemeint, Baba Webb. Das ist doch, ja, nichts anderes außer Mundtotmacherei dann, oder? Weil es traut sich ja dann keiner darüber zu sprechen. Wenn man dann schon direkt in der Holocaust-Leugnung irgendwie... Gerade bei Maxaline ist das ja umso lächerlicher, wenn man bedenkt, dass sie ja selber eine Jüdin ist. Ja, ja. Äh, vor allem, äh, also diese Leute, diese Wokers, die Anti-Deutschen, die, die fahren ja nach, äh, Dresden und halten da Plakate hoch, Bomber Harris, do it again. Wahnsinn. Oder, äh, Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bomber Harris, äh, Feuer frei, das hat ja so eine Referendit von der Amadeo-Antonio-Stiftung geschrieben. Die ja heutzutage als die Guten zählen, ne? Das war ja auch ein Teil von Chiyukas Kritik an Montana Black und Kuchen, dass die ja ganz böse geredet haben über diese tolle Stiftung, die so viel Gutes tut. Und, äh, da muss ich mich auch gerade nochmal korrigieren. Ich hatte vorhin Winston Churchill gesagt, ich meine natürlich Arthur Harris, der war derjenige, der in den, äh, in den arabischen Staaten die Kolonialaufstände durch Flächenbombardements, äh, hat, äh, niederbomben lassen. Also, der hat, äh, diese Taktik dann später auf den Zweiten Weltkrieg, äh, bei deutschen Städten angewandt. Ja, ich glaube laut Wikipedia über 90% des Landes waren ja komplett zerbombt dann gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Vielleicht sogar 95%, ich weiß nicht genau, aber so in diese Richtung ging es ja, ne? Ich bin ja Kölner und ich kenne ja auch, äh, die Bilder wie zum Beispiel Köln 45 dann ausgesehen hat um den Dom herum. Das war eine reine Ruine, ne? Das ganze Land. So, und weiß man auch nicht heute, ob das hätte wirklich sein müssen, ne? Gerade in der Zeit dann am Ende des Krieges, aber gut. Und ich finde halt, es ist durchaus legitim, solche Kritiken zu äußern und zu sagen, war bestimmt nicht alles perfekt, was die anderen, auch Stalin oder halt, wie du sagtest, Churchill oder Harris, äh, dass man da auch, äh, sagen kann, ja gut, so toll waren die auch nicht. Aber das relativiert halt nicht den Holocaust, das hat nichts damit zu tun. Aber alle sollten, natürlich sollten alle verbrechend kritisiert werden dürfen, also, ja. Genau. Ja, Folkbubble, also es sind halt auch immer diese Leute, Dara, Dave, von Alerta hört man komischerweise seit Monaten jetzt nichts mehr, seitdem das Gross und Kuchen, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, ich hatte ja damals auch, äh, als Alerta mich dann gedoxt hat, hatte ich natürlich den Tweet gemeldet. Da ist monatelang nichts passiert, aber zu der Zeit, wo Huchen und Gross dann auch irgendwie vorgegangen sind gegen Alerta, weil sie ja auch irgendwie denunziert hat, äh, habe ich dann irgendwann die Meldung bekommen, das war auch zur Zeit dann, wo Musk dann immer einflussreicher wurde, dass Alerta gebannt worden ist, wegen der Meldung von mir. Ich denke mal, viele andere werden eine ähnliche Meldung bekommen haben, die auch gemeldet haben. Und den Tweet musste er dann rausnehmen, den hat er dann auch gelöscht, den Tweet über mich. Aber danach konnte er wieder schreiben, also zumindest hat er ein paar Retweets noch gemacht. Aber seit zwei, drei Monaten macht er gar nichts mehr, also ich gehe davon aus, dass er irgendwie gebannt worden ist oder sowas, dass man es halt nur nicht sieht. Was natürlich was Gutes ist, ne, weil Alerta war ja der größte Doxxer überhaupt auf ganz Twitter, zumindest hier, was so die Twitch-Szene angeht. Ja, Nemesis hatte da vor einiger Zeit mal was gesagt, aber das ist schon ein bisschen her, deswegen möchte ich da jetzt auch nichts Falsches erzählen. Mhm, klar. Ja, genau, Nemesis hat er ja auch belästigt, sag ich mal. Hab ich auch mitbekommen damals. Was glaubst du denn, was kann man denn tun überhaupt gegen diesen ganzen Woken-Wahnsinn, den wir hier erleben, mit den ganzen Chuyokas und so? Was wäre da die beste Vorgehensweise in Zukunft? Also erstmal die Finanzierung durch große, ja, durch große Thinktanks und durch staatliche Stellen abstellen. Also sowas wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, das sollte kein staatliches Geld mehr bekommen. Und diese ganzen anderen Thinktanks sind ja nicht nur Woken-Thinktanks. Es ist ja so eine ganze Landschaft, die da vom Staat durchgefüttert wird. Und dann gibt es noch ausländische Organisationen wie das Institute of Strategic Dialogue oder die Human Rights Campaign, die aus den USA beziehungsweise Großbritannien kommen und den Diskurs in allen westlichen Ländern beeinflussen. Und da muss man schon gucken, inwieweit große ausländische Kapitale hierzulande Organisationen finanzieren dürfen. Also inwieweit man das einschränkt durch so eine Art Stiftungsgesetz. Also sowas hat ja Ungarn beispielsweise gemacht. Also sowas müsste man als erstes machen. Aber um sich quasi dann von diesen äußeren Einflüssen zu schützen, hat Ungarn da Gesetze erlassen. Wie sähe dann da so ein Gesetz aus, falls du das jetzt weißt? Du kannst einfach die Spenden von ausländischen Akteuren an inländische Organisationen einschränken. Hört sich auf jeden Fall sehr basiert an. Die hatten ja auch große Probleme mit Soros, ne? Zum Beispiel. Ich glaube, mit Soros hatte ja hier der Viktor Orban, glaube ich, so seine Probleme damals wegen seinen NGOs. Ich glaube, Soros ist ja selbst auch ein Ungar. Star, was hältst du davon, wenn du das hörst? Die Vorgehensweise als einer der Punkte gegen den Vokismus? Ausländische Spenden, es ist immer eine Schwierigkeit, inwiefern man das einschränkt und was da die negativen Konsequenzen sind, die am Ende damit eingehen. Also ich finde auf jeden Fall, nein, so eine AAS hat 0 Cent von Steuergeldern verdient. Ich glaube, denen sind wir uns alle einig. Was Spenden angeht, weiß ich nicht. Das ist schwierig. Großspenden kann man einschränken. Also wenn da jemand mehrere Millionen Euro nach Deutschland überweist, dann kann man da schon einen Riegel vorschieben. Wenn da jemand, keine Ahnung, 1000 Euro überweist, dann soll er es machen. Aber so große Geldflüsse, die das politische Klima in Deutschland beeinflussen sollen, das ist, glaube ich, nichts, was wir auf Dauer gutheißen können. Wenn sich das politische Klima in Deutschland einmal wandeln könnte, also wenn Deutschland beispielsweise Deutschlands Bindung an die USA röckeln könnte, dann werden die USA natürlich alle Mitte der Informationskriegsführung nutzen, die sie zur Verfügung haben. Und dann werden auch von staatlichen oder halbstaatlichen Stellen aus den USA viel mehr Gelder hier in Thinktanks in Deutschland gepumpt werden. Aktuell bezahlt die deutsche Bundesregierung ja die ganzen transatlantischen Thinktanks. Also wie gesagt, das Problem sind nicht nur woke Thinktanks. Das sind auch neoliberale oder transatlantische. Was denkst du, Panda, wenn du das fährst? Ich finde die Idee auf jeden Fall sehr gut. Also da wäre ich auf jeden Fall dafür. Ja, also ist ja auch kein... Ich habe gemerkt, die transatlantischen, die halt Gelder überweisen, um Einfluss auf die Politik zu nehmen, die haben ja ein Interesse darin. Die haben ja einen politischen Gedanke, warum sie das tun, warum sie Einfluss auf die Politik nehmen wollen. Und ich würde das nicht ganz wegtrennen von den Woken. Absolut nicht. Gewisse Stimmungen verwischen sich natürlich miteinander, klar. Also die transatlantische würde ich eigentlich mehr oder weniger untrennbar von der Wokeness sehen. Absolut. Wir haben in allen Altparteien und auch im Mainstream-Diskurs eine transatlantische, neoliberale und wokee Hegemonie. Also auf der kulturellen, außenpolitischen und wirtschaftspolitischen Ebene sind alle relevanten Parteien einer Meinung. Also da gibt es ja auch verschiedene Theoretiker, wie Curtis Javin oder Norm Chomsky, die das beschrieben haben. Ja, also ich finde die Idee auch sehr interessant. Tatsächlich ist jetzt auch kein Grund, warum generell große Geldflüsse aus dem Ausland fließen sollten. Da sind dann wahrscheinlich irgendwelche Absichten, die dahinter stecken. Ob es jetzt politisch oder wirtschaftlich oder sonst was ist. Ist ja meistens dasselbe. Finde ich schon mal eine gute Idee. Was könnte man noch so machen? Hättest du da noch mehr Vorschläge? Also glaubst du, würdest du generell das Problem hier vor allem in diesen Geldern und in diesen NGOs festmachen? Also das größte Problem in der Hinsicht? Ja, definitiv. Dann das Mediensis. Also definitiv. Also die treiben das ja groß voran. Also die bereiten ja auch Unterrichtsmaterialien für die Schulen beispielsweise vor. Was ziemlich problematisch ist, wenn die nächste Generation gleich in den Schulen damit indoktriniert wird. Absolut. Dazu muss man natürlich auf das Mediensystem noch Anfluss nehmen. Also ich wäre grundsätzlich für eine Reform der Öffentlich-Rechtlichen. Ich sehe aber, dass das politisch sehr, sehr schwierig werden wird. Da halt alle Bundesländer mit am Tisch sitzen, die Bundesregierung und die Medienstaatsverträge neu zu verhandeln, sehr schwierig sein wird. Deswegen halte ich es für politisch leichter durchzusetzen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett abzuschaffen. Also du bist eher für die Abschaffung oder eher für die Reformierung? Ich bin eher für die Reformierung, aber ich halte die Abschaffung für leichter durchsetzbar. Okay. Ich finde, also eine Reform ist halt immer was Schwieriges. Ist immer die Frage, inwiefern ist Neutralität etwas, was erreicht werden kann überhaupt? Man kann natürlich sagen, wir erreichen Neutralität, indem wir halt eine Meinungspluralität erschaffen. Also wir haben rechts und links und alle möglichen und alle haben halt eine Agenda. Nur es entsteht halt eine Balance daraus, dass eben beide Seiten vertreten sind. Hier entsteht halt das Problem, wir hatten schon mal ein System. Der Grundgedanke war, wir machen es neutral und am Ende wurde das System unterwandert von den Woken. Jetzt ist halt die Gefahr, okay, wir reformieren es. Was hindert, was muss man tun, damit diese Unterwanderung nicht erneut stattfindet? Und inwiefern lässt es sich überhaupt reformieren, dass man überhaupt einen neutralen Zustand in irgendeiner Form erreichen kann? Da gibt es einen interessanten Vorschlag. Man könnte die Rundfunkräte als gewählte Bürgerräte, nicht gewählte, was sage ich denn für ein Unsinn, geloste Bürgerräte machen. Also man lost irgendwie zufällig einen Bürger, der nach gar keinen Kriterien ausgewählt ist. Er muss nur mindestens 18 Jahre und deutscher Schwarz-Artsbürger sein und schon kann er da reingelost werden. Und so könnte man diese Rundfunkräte einerseits staatsfern und gleichzeitig repräsentativ für die Gesellschaft machen. Was hältst du davon? Ja, damit tue ich mich schwer. Ich meine, solche Wahlen von Bürgern, die absolut keine Kompetenz in diesem Fachbereich haben, halte ich immer für schwierig. Ja, was heißt Kompetenz? Sie müssen ja nur entscheiden, wie das Programm strukturiert ist. Das Detailwissen, das können Sie sich ja relativ schnell anlesen. Normalerweise werden da Kirchenvertreter, Gewerkschafter, Politiker reingesetzt. Die haben ja auch erstmal keine Ahnung, lesen sich dann da rein bzw. bekommen das von anderen Leuten zugetragen. Nur so hätte man halt eine Staatssphäre hergestellt. Also die Parteien hätten keinen Einfluss darauf, wer in diesem Rundfunk gerade sitzt. Naja, der Grundgedanke ist halt, wer los am Ende? Und wie kann ich sicher geben, dass es ein legitimes Losen ist? Kurz erklären dazu den Kontext. Wir hatten den Fall jetzt vor ein paar Monaten, dass die AfD zum Beispiel gefordert hatte, wir wollen eine Volksabstimmung. Das wurde dann abgelehnt mit der Begründung, wir machen... Das war doch auch das, da gab es einen Fachbegriff, den habe ich gerade leider nicht. Wir machen jetzt auch diese Losung. Diese Bürgerräte. Bürgerräte oder sowas, genau. Und aber diese Bürgerräte sind ja dann nach Kriterien eingeteilt. Da müssen dann die ganzen Quoten... Ja, das darf man nicht machen. Genau. Keine Kriterien. Keine Kriterien. Die hatten da Quoten dann vorgegeben, so und so viele Trans-Leute, weiblich, männlich, was auch immer. Das haben wir zum Beispiel natürlich absolut abgelehnt. Aber du sagst ja selber, keine Kriterien. Dann ist das ja schon mal in der Hinsicht zumindest... Würde ich jetzt auch nicht die Lösung infrage stellen. Die Frage ist nur, ob es eine Lösung der Probleme dann am Ende ist, ne? Ja, das würde sich dann halt zeigen. Das würde sich dann halt zeigen. Und wenn das System schiefgehen würde, könnte man es ja immer noch abschaffen. Das wäre halt meine Idee für eine Reform der Auswahlgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich glaube, da würden auch sehr viele Formate rausfliegen, weil es in der allgemeinen Bevölkerung, wenn man da einfach mal irgendwie einen Querschnitt... Funk. ...für viele Dinge... Ja, Funk. Das ist jetzt das erste Beispiel, was jedem einfällt. Ein sehr geringes Verständnis für gibt. Dass öffentlich-rechtliche so ein breites Unterhaltungsprogramm gäbe. Ich glaube, da würde der Großteil der Bevölkerung radikal zusammenkürzen, wenn er darüber frei entscheiden könnte. Und durch ein Wahl- und Losverfahren könnte man halt die Bevölkerung sehr gut repräsentieren, ohne da halt bestimmte Leute mehr vertreten zu haben. Wenn man das wirklich komplett zufällig macht. Wenn man wirklich sagt, wir losen da Bürger rein. Und ohne, dass man sich davor anmelden muss, ohne dass man irgendwas erfüllen muss. Man muss nur 18 Jahre und Deutscher sein. So, das heißt explizit auch, dass da Extremisten reinkommen dürfen, dass da geistig Behinderte reinkommen dürfen, dass da jeder reinkommen darf. Egal, ob er geeignet ist, damit man eben keine Ausschlusskriterien hat, die zu Missbrauch einladen. Also das muss man auch explizit dazu sagen. Was hältst du von der Idee, Panda? Ich denke, es könnte auf jeden Fall eine Verbesserung sein zu dem, was wir heutzutage haben. Ja, wenn nur die Frage, ob das dann wirklich alle Probleme löst oder ob die es irgendwie dann schaffen, wie auch immer das System trotzdem noch auszunutzen, indem man zum Beispiel sagt, so, ihr habt jetzt die Wahl, wir machen Programm A oder Programm B. Aber wie wir ja zum Beispiel von diesen ganzen 13-Fragen-Sendungen und so weiter wissen, die Gegenseite ist im Grunde genommen, naja, nicht wirklich die Gegenseite. Programm A und Programm B sind gleich politisch motiviert. Im besten Case würde sich das ja dann vermutlich ändern, nehme ich jetzt mal an, laut seiner Theorie zumindest. Wenn es funktionieren würde, wäre das auf jeden Fall eine Idee, die man machen könnte. Es würde aber auch nicht das Problem ändern, dass zum Beispiel die Kosten einfach unfassbar hoch sind. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ich bin ja auch nicht zwingend für eine komplette Abschaffung. Gerade sehe ich auch keine bessere Alternative, wie du auch gesagt hast, Agitator, die wirklich realistisch umsetzbar wäre. Aber theoretisch, wenn es denn reformierbar wäre, zum Beispiel mit zufällig gelosten Leuten und dass das dann wirklich auch Einfluss hat, und vor allem dann auch die Kosten geringer gehalten werden, also die wollen sie ja sogar erhöhen, ich finde es zu teuer, dann könnte ich mich vielleicht damit auch mit dieser Idee anfreunden im Best Case, wenn es denn alles so funktionieren würde. Aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich halte das nicht für realistisch. Das wäre jetzt meine Traumvorstellung, wenn man mir jetzt den Zauberstab in die Hand drücken würde. Aber das wird ja nicht der Fall sein, sondern es wird beispielsweise BSW-Ministerpräsidenten geben. Also wenn es ganz gut läuft, wenn es sehr gut läuft. Und der hätte dann nicht die Möglichkeit von sich aus die Rundfunkstaatsverträge neu zu verhandeln. Er könnte sie aber sehr einfach aufkündigen. Und das wäre politisch relativ leicht umzusetzen. Jörn Höcker hat ja, also der ist jetzt nicht vom BSW, der ist von der AfD, aber der hat angekündigt, die Rundfunkstaatsverträge aufzukündigen, sollte er Ministerpräsident werden. Ja, den Clip habe ich gesehen bei Twitter. Sollte auch die Haltung der neuen Wagenknecht-Partei sein, meiner Meinung nach. Weil alles andere taktisch sehr unklug wäre. Wir hatten, da du es gerade selber angesprochen hast, wir hatten die Frage hier im Chat von El Dödel. Wie steht der Agitator denn zur AfD? Und vielleicht kannst du das auch im Kontext setzen, wie du vom BSW stehst, wäre dann noch meine Frage dazu. Also das gibt, die AfD ist ja auch leider keine homogene Partei. Deswegen kann man das nicht so einfach beantworten. Also das Wirtschaftsprogramm der gesamten AfD, das lehne ich ab, das ist neoliberal. Die AfD hat sich auch beispielsweise gegen den Mindestlohn von 14 Euro ausgesprochen, gegen eine Lohnpolitik. Also Lohnpolitik spielt selbst im sozialpatriotischen Flügel keine besondere Rolle. Also die AfD ist immer noch eine neoliberale Partei, obwohl es dort vernünftige Leute, wie beispielsweise ein Björn Höcke gibt, der ja nicht so komplett verrückt libertär ist, wie ein paar Leute, die ausgetreten sind, wie Jörg Meuthen oder Johanna Cotar. Also das sind ja Leute, die wirklich völlig im Schuss waren und wo die AfD sich selbst auch ein Gefallen damit getan hat, dass diese Leute jetzt draußen sind. Aber die ist mir definitiv neoliberal als Gesamtpartei. Finde ich erstmal gerade sehr interessant, dass, sorry, dass ich unterbreche, dass du gesagt hast, dass ein Björn Höcke eher vernünftiger ist als viele andere in der AfD. Das sehe ich persönlich nämlich tatsächlich auch ähnlich, jetzt aus verschiedensten Gründen. Aber man hört hier zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel einem Erwin nur so zuhört, oh Höcke, das ist bestimmt der Schlimmste dort und so. Das sehe ich eben gar nicht so. Gerade aus linker Perspektive würde ich argumentieren, dass ein Höcke da noch eher näher dran ist an der linken Wirtschaftspolitik als Beispiel oder an vielen anderen Sachen, als jetzt sagen wir eine Alice Weidel oder ein Chrupalla. Würdest du das auch so sehen? Ja, würde ich auch so sehen. Aber mir fehlen auch bei einem Höcke viele Details. Also er spricht dann von einem sozialpatriotischen Kurs oder sogar von einem preußischen Sozialismus, wo er dann einen Satz später sagt, das hat mit Sozialismus natürlich nichts zu tun. Was ziemlich selbstverständlich ist. Es gibt in Deutschland keine sozialistische Kraft und sowas, gerade nach Partei wie der AfD zu fordern, wäre ja politischer Selbstmord. Also aber da kommen keine Details hinterher. Also es sind viele Worte, aber wenig detailliert ist. Und es gibt ja Leute wie Benedikt Kaiser, die da ein bisschen mehr zu geschrieben haben. Da müsste ich mich wahrscheinlich ein bisschen tiefer gehend mit auseinandersetzen. Ich habe aktuell noch ganz viele andere Sachen auf meiner Leseliste. Deswegen kommt das wohl etwas kürzer, zumal ich, wie gesagt, den sozialpatriotischen Flügel nicht für hegemonial innerhalb der AfD halte. Hier haben wir direkt einen Kommentar mit einem Schmunzeln wahrscheinlich. Der Agitator ist Fan des rechtsextremen Flügels. Ich bin kein Fan. Ich habe nur gesagt, dass ich den lieber mag als vor allem die westdeutsche AfD. Du magst also den rechtsextremen Flügel. Du magst also Höcke, den man einen Faschisten nennen darf. Was ja auch wieder blöder Frame ist. Für Leute, die wissen, wie man komparativ verwendet, dürftest du diese Frage nicht stellen. Aber was mich auch in der westdeutschen AfD viel stört, diese Nähe zur Rüstungslobby und dieser Transatlantizismus. Also da gibt es ja noch ganz viele Transatlantiker, noch ganz viele Leute, die die NATO toll finden. Ganz viele Leute, die jetzt Israels Krieg bedingungslos unterstützen. Da gibt es ja wirklich gruselige Bundestagsreden von beispielsweise Alexander Gauland. Also sowas ist absolut gruselig. Bei einem CDU-Lahm muss man dazu anmerken. Ja, das hat auch mit einer Friedenspartei nichts zu tun. Das ist das exakte Gegenteil, was da einige Leute an den Tag legen. Also auch da habe ich aus dem sozialpatriotischen Flügel gemäßigtere Töne gehört. Ja, also ich bin ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du unserem Stream vorhin zugeschaut hast. Da war ich mir auch vorhin sehr uneinig mit Kat, was jetzt die Palästina-Demos und Israel und so betrifft. Also ich bin da wirklich auch eher neutral unterwegs und ich gehe da ja auch nicht mit jetzt zu sagen, ja, wir sind jetzt hier ähnlich wie es letztes Jahr mit Ukraine war, dass wir jetzt hingehen müssen und sagen, ja, wir sind solidarisch mit Israel. Nein, bin ich auch nicht. Ich sehe, dass das ein sehr alter und langer und komplizierter vor allem Konflikt ist, wo man da gar nicht so leicht drüber urteilen kann. Und dass beide so ein bisschen sich weise haben. Doch als Deutsche können wir da ziemlich leicht urteilen. Also als Deutsche können wir sagen, wir haben Interesse daran, Handel mit diesen Regionen zu treiben. Wir haben Interesse daran, dass es zu einer friedlichen Lösung kommt und dass wir vor allem keine Flüchtlinge hierher bekommen. Und das geht am besten mit einer diplomatischen Lösung. Und solange Israel halt den Bürgern, die da leben, nicht die israelische Staatsbürgerschaft geben will, also dieses Land quasi annektieren will und die Leute zu Israelis machen will. Also das, was Russland gerade in der Ukraine macht, das Gebiet annektieren und den Leuten die eigene Staatsbürgerschaft in die Hand drücken will. Solange bleibt nur noch die Zwei-Staaten-Lösung. Und da muss man sich natürlich dann diplomatisch für einsetzen. Ich meine, Israel hält ja quasi gerade militärisch die Hand über das gesamte Gebiet zwischen Mittelmeer- und Jordanfluss, will den Palästinensern, die in diesen Gebieten leben, aber nicht die selbstbürgerrechte gewähren wie Israelis. Und das ist der zentrale Konflikt. Es ist halt, am Ende ist es halt eine schwierige Sache. Ich sehe ja so, dass im Vordergrund immer unsere Interessen als Deutsche stehen. Im deutschen Interesse ist es, dass es nicht eine Eskalation zum Dritten Weltkrieg gibt, dass es keine Migrationsströme nach Deutschland gibt und halt, dass man einen möglichst guten Handel hat. Das sind unsere Interessen. Alles andere kann uns erstmal egal sein. Da bin ich absolut bei dir, ja. Jetzt ist das Problem, was macht man jetzt? Eine Zwei-Staaten-Lösung sehe ich eben als nicht mehr möglich, da man das halt schon hatte. Und ich glaube nicht, dass man sich seitens Israel dazu bereit erklären wird, dass man eine Zwei-Staaten-Lösung, dass man den Gaza-Streifen und hier, boah, wie heißt die andere Region da? Und die andere Region da, dass man... Westjordan, oder? Nee. Westjordan-Land, in Israeli würde ich sagen, Judäa und Samaria. Ich glaube nicht, dass eine Zwei-Staaten-Lösung von Israel akzeptiert sein wird. Und das ist leider das, worauf man am Ende hinarbeiten muss, auf eine Lösung, die von beiden Seiten akzeptiert wird. Ja, also das Westjordan-Land, also wir haben ja zwei unterschiedliche Gebiete. Der Gaza-Streifen ist ja ethnisch-palästinensisch besiedelt. Das Westjordan-Land durch die israelische Siedlungspolitik mittlerweile binational. Das heißt, im Westjordan-Land muss man halt darüber reden, wie man eine israelische Annexion hinbekommt, ohne die dortige Bevölkerung zu vertreiben, was die Nachbarstaaten Syrien und Jordanien nicht akzeptieren werden. Also Jordanien hat schon gesagt, Vertreibung der Palästinenser dort wäre ein Kriegsgrund. Also wir müssen auch immer sehen, dass Israel Nachbarstaaten hat, die nicht so gut auf Israel zu sprechen sind. Also einfach zu sagen, Israel akzeptiert bestimmte Forderungen nicht, macht man sich auch zu einfach, weil Israel eben noch in einer Region liegt, wie gesagt, wo viele Staaten Konflikte mit Israel haben. Und die Palästinenser am Gaza-Streifen, die kann Israel ja auch nicht einfach vertreiben. Also Ägypten hat schon angekündigt, dass es diese Palästinenser auf keinen Fall aufnehmen will. Und es ist ja durchaus auch in unserem Interesse, dass diese Leute, die ethnischen Palästinenser jetzt zum Beispiel, da auch ihre Heimat behalten. Weil was wäre sonst die Konsequenz, wenn sie diese Heimat verlieren? Ja, Migrationsströme noch und nöcher nach Europa. Genau, wenn Ägypten diese Palästinenser jetzt aufnehmen würde, also was wäre denn für Ägypten leichter, als die Palästinenser alle weiter nach Libyen zu schieben und dann zu sagen, seht mal zu, wie ihr klarkommt. Viele von denen würden dann eben in ihrer Verzweiflung ein Boot nach Europa nehmen. Und genau das Gleiche wäre übrigens im Norden. Also wenn Israel da mit seiner Politik in Gaza noch weitermacht, könnte sie ja zu einem Krieg mit der Hezbollah kommen. Was passiert dann? Da werden viele Libanesen vertrieben. Wo landen diese Libanesen? Die landen erstmal in der Türkei. Von der Türkei ist es nicht mehr weit nach Europa. Ja, es sind ja, selbst jetzt habe ich auch in einigen Artikeln schon gelesen, diese letzten Wochen. Es sind ja bereits schon seit dem 7. Oktober auch einige aus Palästina hier angekommen. In Deutschland schon. Es sind jetzt auch nicht gerade wenige sogar tatsächlich. Was dann natürlich auch wieder für mehr Distabilität auf den Straßen sorgt. Mit den ganzen Demos und so weiter und so fort. Weil diese Leute werden sich natürlich da irgendwie für ihre Interessen dann auch einsetzen wollen. wenn da in ihrem Land da halt die Hütze brennt. Ja, ja. Also man hat es ja in Syrien gesehen. Wenn in dieser Region ein Krieg tobt, dann landen halt Flüchtlinge mitunter auch in Europa. Das haben wir gesehen. Und als die Flüchtlinge in Griechenland waren, da konnten wir nicht mehr viel machen. Also wenn die in Griechenland waren, dann waren sie in Griechenland und dann hätten sie, selbst wenn alle anderen EU-Länder gesagt hätten, wir wollen die nicht, hätten sie dann irgendwann griechische Staatsbürgerschaften gehabt, Arbeitnehmerfreizügigkeit und wären auch zu Europäern geworden. Das heißt jetzt, ja, sobald die Flüchtlinge in Europa sind, hast du es super schwer, die wieder loszuwerden. Selbst wenn du jetzt eine richtig harte Migrationspolitik willst. Das heißt, das Beste ist erstmal alles dafür zu tun, damit möglichst keine Flüchtlinge entstehen. Und in unserer unmittelbaren Umgebung, Syrien, Israel, da hat die Europäische Union allein durch ihre wirtschaftliche Macht, also hätte sie einen großen Hebel, um da solche Flüchtlingsströme zu verhindern. Bist also ein Fan des Faschisten Höcke und bist gegen Migration. Aha. So langsam fügt sich hier alles zusammen. Du wirst hier heute noch gecancelt, das sage ich dir. Du wirst morgen keinen Kanal mehr haben. Dann war... Da hätten wir auch schon einen Kanal mehr. Ich habe mit dem FDP da gesprochen, also ich kann mit jedem reden. Was findest du schlimmer, FDP oder AfD? Das ist jetzt auch eine wichtige Frage. FDP. FDP findest du schlimmer, weil sie noch neoliberaler sind, nehme ich an? Die finde ich sogar schlimmer als die Grünen, ja. Das ist die Partei, wo ich mich am meisten freuen würde, wenn sie aus dem Bundestag fliegt. Gut, also ich kann es mir denken, aber vielleicht begründest du es mal kurz mit deinen Worten. Also es ist die neoliberalste Partei, die wir in Deutschland haben. Also das versteht sich von selbst. Die haben mit dem Lambsdorff-Papier und ihrem Wechsel von der rot-gelben in die rot-schwarze, äh, rot-schwarze sei schon, schwarz-gelbe Koalition überhaupt erst die Einführung des Neoliberalismus in Deutschland mit vorangetrieben und waren in den vergangenen Jahren immer stabil dabei, wenn es darum ging, irgendwie eine bessere Finanzpolitik zu verhindern. Also aktuell sehen wir ja, dass Christian Lindner entgegen jeder Vernunft in einer Rezession, die von der Bundesregierung durch ihren Wirtschaftsrieg gegen Russland mutwillig ausgelöst wurde. Die Lage sogar noch dadurch verschlimmert, dass er die Schuldenbremse einhalten will. Und ja, was soll man zu dieser Partei groß sagen? Für Lindners Parteifreunde kommen ein paar Steuergeschenke rum, also diese Steuersenkung für Unternehmen im Umfang von sechs Milliarden Euro. Aber für die Landwirte werden die Steuern auf Agrardiesel erhöht und für, ja, viele Verbraucher, die steuern auf Gas, Fernwärme, Essen, also auf das Mögliche. Ja, da sind die Grünen ja auch für, dass sämtliche Sachen stärker besteuert werden. Natürlich, natürlich. Aber man schiebt es dann immer auf die FDP. Das ist ja dann immer diese Argumentation. Das ist so ein bisschen die Strategie der Ampel, oder? Das ist auch mein Eindruck schon von Anfang an quasi gewesen, seit der Ampelregierung, dass wenn jetzt die Grünen oder teilweise auch die SPD etwas, was von ihren Wählern gewolltes, finanzielles, nicht durchgebracht wird, dass sie dann immer sagen, ja, die böse FDP ist ja immer alles schuld. Also den Eindruck hatte ich auf jeden Fall auch, dass sie da die FDP immer so ein bisschen als Sündenbock benutzen innerhalb der Ampel, obwohl sie es wahrscheinlich genauso machen wollen würden. Ja, ja, ja. Also wir sehen ja, dass wenn es darum geht, Kapitalinteressen zu bedienen, sie sich sofort einig sind. Das Bundeswehr-Sondervermögen war innerhalb weniger Tage durch. Ja, Star. Also da hatten wir auch eine gute Mehrheit. Also ich glaube, wir sind uns dann in vielen Dingen einig. Ich würde mich auch tierisch freuen, wenn die FDP aus dem Bundestag fliegt. Jetzt gerade, ich habe eben mal die neuste Umfrage geöffnet, vom 28., also von vor zwei Tagen, die FDP hatten 4,9%. Das heißt, nach aktuellem Stand würde die FDP aus dem Bundestag fliegen. Ich habe gerade so ein Grinsen bekommen. Ist ja auch verdient. Sie haben ja auch die Wählerschaft gnadenlos belogen. Ist jetzt nicht nur das Neoliberale und so, da bin ich nicht so drin, aber wenn man sich anschaut, Christian Lindner stellt sich hin, 21 im Wahlkampf hört sich durchaus recht basiert an in vielen Dingen, ja. Impfpflicht und sowas gibt es nicht. Das war damals schon klar, dass er lügt. Das war damals schon klar, dass er lügt. Also bei seinem Steuerprogramm. Die FDP hat damals Steuersenkungen in der Höhe von 90 Milliarden Euro ungefähr gefordert. Dazu noch, dass keine neuen Schulden, also Schuldenbremse eingehalten wird. und ja, also das passt nicht zusammen. Du kannst nicht sagen, wir befinden uns noch, wir kommen gerade aus einer Rezession raus. Dann ersparen wir sofort so hart, wie es geht und senken dann noch die Steuern um 90 Milliarden. Wo soll das Geld herkommen? Die FDP hat keine Einsparung genannt, die irgendwo dieses Geld hätte herkommen können. Also die FDP, es war damals schon klar, dass sie lügt. Aber, ja genau, aber er hat sich ja hingestellt, also ich habe gesagt, mit uns eine Impfpflicht würde es niemals geben. Steuererhöhung, mit das höchst bescheuerte Land der Welt, so was würde es bei uns natürlich nicht geben. Wortwörtlich, 1, 2, 3 Wochen später. Die FDP war pro Impfpflicht. Die FDP war beteiligt innerhalb der Ampel an Steuererhöhungen. Ich erinnere mich, die erste war, die allererste war wohl die FUKA-Steuer oder so, die erhöht oder eingeführt worden ist zu dieser Zeit. Und da wusste man direkt, jedes Wahlversprechen ist einfach nichts wert. Ja, auch die Krankenkassenbeiträge wurden erhöht. Dann wurde so eine Steuerreform bei Landwirten durchgebracht. Die ist ziemlich kompliziert. Ich habe mir damals die Rede von Christian Görke angesehen. Der hat im Bundestag begründet, warum das eben de facto eine Steuererhöhung für Landwirte schon damals war von einigen hundert Millionen Euro. Naja, und was hat sie denn noch gemacht? Ach nee, eine Sache wollte ich noch sagen, die ist mir gerade entfallen. Hier steht gerade im Chat, die FDP hat die allgemeine Impfpflicht verhindert. Das höre ich zum ersten Mal. Man selbst dafür, total. Zumindest Lindner hat da permanent was gesagt. Vielleicht habe ich da was verpasst, aber ich höre es zum ersten Mal. Mein Stand war auch, Ampel war ganz klar dafür, inklusive FDP. Nee, nee, bei der Bundestagsabstimmung, da waren sie dann doch dagegen. Da hatte der Kubicki mit der Wagenknecht zusammen Antrag gestellt. Das war ein ziemliches Verwirrspiel damals. Also, als dann klar war, dass die Bevölkerung gegen die Impfpflicht ist und die Impfpflicht nicht notwendig ist. Aber in dieser heißen Phase, da gab es sehr viele Regierungspolitiker, die dafür getrommelt haben. Ja, okay. Kann sein, dass es dann im Nachhinein, als es eh schon vom Tisch war, oder was auch immer. Das waren die Bundestagsabstimmungen. Da gab es schon einige, die noch dafür getrommelt hatten. Aber jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Alle drei Parteien haben vor der Wahl Steuersenkungen für die breite Mehrheit der Bevölkerung fordert. Also vor allem bei der Einkommenssteuer. Verschiebung des Einkommenssteuertarifs nach oben. Die FDP hat gesagt, wir senken die Steuern für alle, aber für Reiche am stärksten. SPD und Grüne haben gesagt, wir senken die Steuern für den Großteil, aber für Reiche erhöhen wir sie ein bisschen. Und da hätte man sich ja eigentlich einigen können. Okay, die Steuererhöhungen für Reiche sind mit der FDP nicht zu machen. Also senken wir doch einfach die Steuern für die Mehrheit. Man hätte ja einfach die Freibeträge bei der Einkommenssteuer verschieben können. Das wäre ja gegangen. Hat man das gemacht? Obwohl alle drei Parteien das gefordert haben? Natürlich nicht. Ich meine, dass man die Steuerfreibeträge doch erhöht hat um, ich glaube, 900 Euro oder so. Das ist nicht viel, aber man hat auf jeden Fall ein kleines bisschen was gemacht. Nee, nee, nicht relevant. Also das war eine Inflationsanpassung. Also du hast ja immer, du musst das immer automatisch ans Existenzminimum anpassen. Ich musste gerade mal hier ein Timeout wieder verteilen, Alter, da ist wieder ein Riven. Ich habe ihn das erste Mal heute gesehen und direkt ist der getimeoutet. Ich lese hier schon, wäre ich ein libertärer Hitler. Meine Güte, Riven. Was schreibst du doch immer wieder? Ja, das ist so unser Haustroll. Tut mir leid. Das ist ein Satz. Und libertäre, habt ihr mitbekommen, was Milai gerade in Argentinien macht? Ich habe vorhin irgendwas von ihm gelesen wegen Verboten oder so, aber du kannst mich jetzt nochmal gerne aufklären. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Also ich muss das nochmal anmerken, kurz bevor du was sagst. Also was der so raushaut, ich feiere den Typen. Der setzt sich da so im Interview hin und sagt was von wegen, wir geben diesen scheiß Linken keinen Millimeter. Ich habe mich totgelacht. Das ist wirklich geil. Er ist lustig, aber ich glaube politisch ist ein Trojaner. Der ist ein Transatlantiker. Aber er ist lustig. Er hat viele Ministerien oder halt so Organisationen eingestampft, die eben diese Woka-Agenda unterstützen. Ja, aber am Ende musst du ein bisschen weiterdenken als so Kleinigkeiten, denke ich. Aber gerne. Agitator. Er hat tatsächlich den BRICS-Beitritt gecancelt schon und er lässt jetzt das Demonstrationsrecht einschränken. Das heißt, die Massenproteste, die vor allem, also die Woka-Agenda, die ist in Argentinien gar nicht mal das große Streitthema. Also die spricht Milai auch noch mit an und da hat er vielleicht vernünftige Positionen. Aber er möchte den Sozialstaat komplett zerschlagen in Argentinien. Ein Land, das sich sowieso schon in einer schweren Wirtschaftskrise befindet. Und dagegen gab es natürlich von Gewerkschaften sofort Massenproteste. Und diese Massenproteste will er jetzt dadurch unterbinden, dass er das Demonstrationsrecht einschränkt. Also dann kannst du nicht mehr mit zehn Leuten demonstrieren gehen. Das soll dann verboten sein, bis der Notstand dann nicht mehr geht. Das sind seine aktuellen Pläne. Ist das jetzt wirklich so? Also inwiefern, was für einen Notstand gibt es denn da, den er dann argumentiert? Also ich bin da gar nicht drin tatsächlich im Game. Also er versucht, den aktuell noch durch den Kongress zu bekommen. Aber wie gesagt, das vor allem lässt sich damit das Demonstrationsrecht einschränken. Aber durch Präsidialverordnung könnte er dann halt seine ganze Schocktherapie ziemlich einfach am Kongress vorbei durchziehen. Also beispielsweise macht er Gewerkschaftenbrechen oder Kündigungsschutz und alles lockern, staatliche Betriebe vielleicht privatisieren. All das könnte er dann ziemlich leicht durchziehen. Und das wäre halt eine ökonomische Katastrophe. Also so eine Rezepte, wie sie Milay gerade vorschlägt, die sind in der Vergangenheit in Argentinien schon katastrophal nach hinten losgegangen. Also der Letzte, der auch für Liberalisierung auf den Kapitalmarkt gesetzt hat, war Mauricio Macri. Und der hat Argentinien überhaupt erst die hohe Inflation beschert, die es heute hat. Okay, also ich weiß jetzt auch zum Beispiel ja eben nicht, wie so die politische Innen, also wie es innen in Argentinien so aussieht, was jetzt so Voken ist und sowas betrifft. Wenn ich jetzt an Argentinien denke, denke ich an letztes Jahr Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Nicht, weil sie gewonnen haben, sondern mir ist tatsächlich bei denen aufgefallen, dass es wortwörtlich die einzige Mannschaft war, die komplett weiß war. Das hat mich sogar gewundert, weil gerade Südamerika ja auch eher gemischt unterwegs ist, wenn man jetzt so Länder wie Brasilien und so sich anschaut. Dann dachte ich mir, leben die da vielleicht noch in einer ganz anderen Zeit? Haben die keine Migrationsströmungen hinter sich und so weiter und so fort? Haben die überhaupt irgendwie was mit dieser Voken-Kultur zu tun? Aber wenn ich dann jetzt halt sehe hier den Wahlkampf von Millé da mit den ganzen Abu-Ära und so, scheint es ja doch auch durchaus ein Thema dort gewesen zu sein. Aber wenn man dann jetzt über Millé liest, was mich skeptisch macht, ist, dass er halt so ganz USA-nah ist und unbedingt ins Transatlantikum rein will und dann auch geopolitisch diese ganzen Standard-Dinger mitträgt, ich glaube, pro Ukraine, war er pro Ukraine oder sind das Fake News? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, ja. Also er ist ein klassischer Neoliberaler eigentlich, der sich als Libertärer bezeichnet. Also er bezeichnet sich zwar als Libertärer, aber seine Politik sieht de facto genauso aus wie die aus zahlreichen anderen neoliberalen Regierungen, die wir in Lateinamerika in der Vergangenheit schon gesehen haben. Also das unterscheidet sich gar nicht mal so groß. Er hat auch Verbindungen zum WEF, also dieser Organisation, wo so dieser westliche Mainstream sowieso unterwegs ist. Also ich halte von dem nicht sonderlich viel und ich halte die Walker-Agenda auch nicht für das wichtigste politische Thema. Gerade in einem Land wie Argentinien, das wirtschaftlich extrem große Probleme hat, halte ich die Wirtschaftspolitik für viel, viel wichtiger. Ich sehe gerade im Chat, Selinski war sogar bei seinem Amtsantritt dabei. Ja, okay. An dem Punkt bin ich dann tatsächlich raus, was Befürwortung angeht und dann werde ich zum Verschwörungsideologen. Deswegen, aber er ist auf jeden Fall lustig, charismatisch, aber das muss man ja auch sagen in einem Wahlkampf. Ja, mal sehen. Dieser Fetzrack schreibt von WEF, hat er sich schon distanziert. Ich weiß nicht, inwiefern das zustimmt. Ja, aber seine neoliberale Politik führt da trotzdem durch. Ich muss auch sagen, wenn er wirklich, bezeichnet er sich wortwörtlich selber als Libertärer, oder ist das, ja? Also ich bin ja selber auch nicht libertär und finde Libertärismus auch nicht so gut. Ich bin durchaus für einen Sozialstaat, der gerecht ist, wie nennt man das da, vielleicht einen sozialen Kapitalismus oder was weiß ich. Auf jeden Fall jetzt keinen harten, puren, monströsen Kapitalismus, das bin ich auf jeden Fall nicht. Ich bin nicht immer schwer mit den Begriffen. Ja, das ist immer Definitionssache. Du kannst im Endeffekt eigentlich alles unter soziale Marktwirtschaft irgendwie zusammenfassen. Es ist halt am Ende Selbstauslegungssache, wiefern man den Staat wichtig sieht. Ich glaube, kaum einer ist wirklich ein Vertreter der kompletten freien Marktwirtschaft oder des Libertärer ja schon teilweise. des kompletten sozialen Marktwirtschaft. Ja, komplett freier Marktwirtschaft ist immer schwierig. Ich glaube, komplett sieht das keiner so. Es gibt einige Libertäre, die sind so irre. Also es gibt einige Libertäre, die sagen wirklich, wir brauchen eine Privatrechtsgesellschaft, also solche Leute wie Hans-Hermann Hopper, aber das ist der radikale Rand. Also diese Grenzen zwischen Neoliberalismus und Libertarismus sind fließend. Die meisten Libertären setzen sich halt für so einen Minimalstaat, wie wir eine annähernd im 19. Jahrhundert hatten, also so ein laissez-faire-Kapitalismus. Also fast kein Sozialsystem. Der Staat stellt Polizei, Armee und hält sich sonst aus dem gesellschaftlichen Leben raus. Also das ist das, was die meisten Libertären wollen und was auch das Utopia der Neoliberalen ist. Also wie gesagt, die Grenzen zwischen Libertarismus und Neoliberalismus sind fließend. Ja gut, beim Wirtschaftsthema, wie gesagt, da sind wir halt Laien. Also ich zumindest, Panda weiß ich auch, Star, der beschäftigt sich ein bisschen mehr damit, war aber auch schon ehrfürchtig, als er deinen Namen gehört hat, was das Thema betrifft. So die bin ich auf jeden Fall nicht drin. Denn der Großteil ist noch aus der Schulzeit, sonst ab und zu man liest mal ein bisschen was. Vielleicht jetzt wirklich für ein Laien erklärt, als was würdest du dich denn politisch gesehen bezeichnen? Zum Beispiel jetzt wirtschaftspolitisch, was ist das, was du anstrebst? Da reden wir jetzt nicht vielleicht von einem Utopia in 500 Jahren, sondern jetzt vielleicht für die etwas greifbare Zukunft. Was stellst du dir denn für ein wirtschaftliches System vor, wo du sagen würdest, das wär's? Würde mich als Sozialdemokraten bezeichnen, also als klassischen Sozialdemokraten. Die Politik, die in der Bundesrepublik und in den meisten westlichen Industrieländern von den 50er bis in die 70er Jahre betrieben wurde, die will ich erst mal wieder zurückhaben. Und was man dann eventuell noch besser machen kann, das kann man dann sehen, aber das wäre erst mal das Ziel, was ich politisch hätte. Also ein Sozialismus mit Wagenknecht als Führerin. Das möchte ich. Genau, genau, das soll ich gerade nicht sagen. Genau, das hat er gerade gesagt. Also was du ja gerade gesagt hast, was wir in den 60er, 70er Jahren in Deutschland hatten, das ist ja auch das, was wir auch Star teilweise meistens sagen, das ist ja etwas, was wir auch sehr gut finden, dass wir da wieder zurückfinden, oder Star? Ja, ich möchte auf jeden Fall im Zustand zurück, also wir werden inwiefern, ja gut, auf die heutige Zeitheit übertragen, dass es reicht, ein Elternteil arbeitet und dann halt zum Beispiel die Mutter ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder, hat halt viele positive Aspekte, dass man zum Beispiel weniger das Kind an den Staat überlässt und dadurch geringere Möglichkeiten entsteht, dass das Kind indoktriniert wird durch die Agenda, die der Staat eventuell vertritt. Ja zum Beispiel, also vor allem mir persönlich zum Beispiel ist Familienpolitik sehr wichtig und ich sehe halt in Familien vor allem das Problem, dass selbst wenn beide arbeiten, dass sie sich dann selbst dann heutzutage kaum noch ein eigenes Häuschen für eine Familie leisten können, auch kaum noch Zeit haben und wenn man dann guckt, wie es in den 60er, 70er Jahren war, da konnte halt der Mann, meinetwegen auch die Frau ist mir dann egal, es reicht aber, wenn ein Elternteil arbeiten ging, das andere hat sich um die Familie und was auch immer gekümmert und trotzdem konnte man sich dann auch als Mittelschichtarbeiter ein schönes Häuschen leisten und so weiter und so fort und das ist etwas für mich schon mit die wichtigste politische Forderung überhaupt, wo wir hin sollten, ja, also das finde ich schon sehr wichtig. Da kann ich mich auch im Grunde anschließen, also es wäre einfach schön, ich würde mir viel quasi die kleinen Leute eine geringere Steuerlast auf jeden Fall wünschen, dafür eben, ja, die Möglichkeit, dass man sich mehr leisten kann. Mit Höcke als Kanzler. Mehr hat einfach von seinem Geld. Das muss immer noch erwähnt werden, das ist wichtig. Die zwei Dinge, die ihr da gerade ansprecht, steigende Immobilienpreise und dass man sich eben nichts mehr leisten kann, also nee, das, was du dir gerade angesprochen hast, dass man sich mit dem Normalverdienereinkommen kein Haus mehr leisten kann, das ist auf zwei Entwicklungen zurückzuführen. Erstmal, dass die Löhne sich von der Produktivitätsentwicklung abgekoppelt haben und dass die Immobilienpreise so explodiert sind und die Explosion der Immobilienpreise, die könnte man durch staatliche Baupolitik oder durch die Förderung vom privaten Wohnungsbau ziemlich leicht abfedern. Es gab mal in Deutschland bis zum Jahr 1990 ein Gesetz für die Wohngemeinnützigkeit. Das wurde von der CDU-FDP-Koalition damals abgeschafft und seitdem ist die Zahl von Sozialwohnungen von ungefähr vier Millionen auf rund eine Million gesunken. Und ja, wie gesagt, dass die Löhne sich von der Produktivität entkoppelt haben, das hat viel mit der Steuergesetzgebung zu tun. Dieser Fettzak hat gerade im Chat geschrieben, Wagenknecht würde eine 80-prozentige Vermögens- und Reichensteuer dagegen fordern. Also ganz ehrlich, das wird ein sehr alter Vorschlag sein. Heute sind ihre Vorschläge eigentlich nicht mehr so radikal, aber eine so hohe Vermögensabgabe, also eine einmalige Vermögensabgabe für hundertfache Millionäre und Milliardäre, die wäre erstmal gut, um die Explosion der Vermögensungleichheit der letzten 40 Jahre wieder einzufangen. Aber ist doch schwierig, also auch aus, guck mal, selbst aus meiner Sicht und ich bin weit davon entfernt, ein Millionär zu sein oder jemals einer zu werden und so weiter und so fort. Trotzdem halte ich es halt nicht für fair, zu sagen, ja gut, der ist jetzt reich, gehen wir doch einfach hin und nehmen ihm sein Geld weg. Verstehst du, was ich damit meine? Ja, aber der reichste muss weniger von seinem Geld abgeben als du. Warum? Also Netzwerksteuergerechtigkeit hat ausgerechnet, dass der Steuersatz eines durchschnittlichen Millionärs bei ungefähr 24 Prozent der eines durchschnittlichen oder etwas überdurchschnittlichen Arbeitnehmers bei 48 Prozent liegt. Also der Stoppen Millionärten... Aber warum ist das so? Weil die Steuergesetze in den letzten Jahrzehnten so geändert wurden. Unter Helmut Kohl, da hätten Millionäre noch Steuersätze von über 50, über 60 Prozent zahlen müssen. Heute Steuersätze zwischen 20 und 30 Prozent. Also man hat beispielsweise Kapital, also irgendwann gesagt, Kapitalerträge, die werden jetzt nicht mehr wie ein normales Einkommen besteuert, sondern die werden pauschal mit 25 Prozent besteuert. Man hat die Vermögensteuer auslaufen lassen. Man hat verschiedene Erbschaftssteuerreformen durchgeführt, die vor allem sehr, sehr hohe Vermögen an der... Also womit sich sehr, sehr hohe Vermögen sehr leicht an der Erbschaftssteuer vorbeischaffen lassen. Also das Beispiel, was ich da immer gebe, ist, als Friede Springer ihre Springer-Aktien an Matthias Döpfner verschenkt hat, da musste keine Erbschaftssteuer drauf bezahlt werden. Weil, ja, weil es eben Schlupflöcher gibt, die das verhindern. Das heißt, wenn du sehr, sehr viel erbst, dann musst du darauf weniger Steuern bezahlen, als wenn du jetzt ein etwas teureres Haus erbst. Das finde ich tatsächlich beides. Generell gegen die Erbschaftssteuer. Genau darauf will ich quasi hinaus. Wenn es ein ganz kleiner Betrag ist, kann man noch darüber streiten. Aber generell, wenn ich jetzt überlege, als Familienmensch und so, natürlich will ich die Dinge, die ich erreiche in meinem Leben, ob es jetzt viel oder wenig ist, meiner Familie hinterlassen. Deswegen, ich finde es natürlich unfair, wenn ich jetzt von dir höre, dass jemand wie ich, ein normaler Arbeiter oder so, dass der fast 50% abgeben muss und ein reicher weniger als das abgeben muss, prozentual gesehen. Finde ich unfair. Da würde ich schon sagen. Aber dann würde ich halt eher sagen, ja gut, dann soll halt ich, der normale Arbeiter in dem Fall, der soll dann einfach auch weniger abgeben. Die Konsequenz wäre für mich jetzt nicht zu sagen, ja, der Reiche muss jetzt irgendwie 80% oder so abgeben. Weißt du, wie ich meine? Ja. Beides. Beides. Also man kann die Steuerlast in der Mitte viel, viel mehr senken, wenn man sie oben erhöht. Vor allem, da wir, wie gesagt, so einen starken Anstieg der Vermögensungleichheit gesehen haben. Vor allem, du hast gesagt, man möchte ja an die nächste Generation was weitergeben. Wenn du ein Aktienportfolio im Wert von 10 Milliarden Euro vererbst, also da wird es dich nicht stören, wenn du nur noch 2 Milliarden Euro vererbst. Also dein Kind ist immer noch Milliardär. Ja, aber 80% finde ich halt krass. Ich verstehe, was du meinst. Ich bin noch 8 Milliarden, dann nimmst du ihn einfach weg. Das ist jetzt ein Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, ja. Also ich verstehe, was du meinst und ich habe durchaus ja auch den Punkt, dass ich ab einem gewissen Grad sage, so, was soll jetzt ein Mensch mit 10 Milliarden? Diskussion hatte ich schon öfters mit Star, ja. Ich bin grundsätzlich auch dagegen den Leuten ihr Geld wegzunehmen, ab einem gewissen Punkt, wo die Leute aber anfangen, so mächtig mit ihrem Geld zu sein, dass sie auch politischen Einfluss damit auf die ganze Welt nehmen können, ja, wenn sie dann schwer Milliardäre sind und so. Da sage ich auch, ja gut, da kann man mal überlegen, ne. Aber jetzt reden wir jetzt mal zum Beispiel über einen Arzt. Sagen wir mal ein guter Arzt, der jetzt ja echt so gerade so Millionär ist. Hier würde ich nichts wegnehmen wollen. Das hat er sich irgendwie erarbeitet, verdient. Nee, ich auch nicht. Ja, weil der Unterschied ist, ein Milliardär hat ja das Geld nicht, der hat ja nicht 10 Milliarden auf dem Konto. Das ist ja nicht, das wäre ja total dämlich. Das Geld hat man investiert in Aktien und halt Wertanlagen. Und Aktien kannst du besteuern. Du kannst doch die Aktien als Staat einziehen und die dann an der Börse verkaufen. Ja, aber mit welchem Recht nimmst du dem das weg? Also mit dem Recht, mit dem der Staat Steuern einzieht. Ein Staat zieht immer Steuern ein. Also mit dem Recht, dass der Staat das Gewaltmonopol hat. Also mit welchem Recht nimmt der Staat einem normalen Arbeiter die Hälfte seines Einkommens weg? Guter Punkt. Finde ich nämlich auch sehr schlecht, dass sie das tun. Dann kommen wir halt in die Richtung. Bei Erbschaftssteuer reden wir von Geld, was bereits versteuert wurde. Ja, wie alles. Mit welchem Recht erhebt der Staat da Mehrwertsteuer? Ja, sehe ich genauso. Ich finde, Mehrwertsteuer ist eine Freiheit. Sehe ich auch so. Und dann ist die Frage, was streichen wir jetzt und was könnten wir eventuell anders gestalten? Also ich würde sagen, Mehrwertsteuer können wir noch mehr streichen. Ja, sehe ich auch so. Ja, absolut. Vor allem, wenn man bedenkt, wie diese Gelder mittlerweile benutzt werden. Das ist ja meistens gar nicht mal so im Interesse der eigenen Bevölkerung. Absolut nicht. Ich erinnere an die Fahrradwege in Peru. Genau, genau. Und eben hier sehe ich das Problem halt daran, dass unser Staat wirft das Geld ja quasi aus dem Fenster. Und ich sehe hier eher als die gute Möglichkeit der Staat, dem wird Geld gekürzt. Es gibt Haushaltsdisziplin. Das heißt, man muss sich auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist, weil man eben nicht genug Geld hat, um alles Mögliche, was man jetzt gerade finanziert, zu finanzieren. Und da kommt eben halt auch die Schuldenbremse dann mit rein, die halt auch für diese Haushaltsdisziplin sorgt. Nein, sorgt sie nicht. Also, wenn der Regierung irgendwas wichtig ist, dann mogelt sie das an der Schuldenbremse vorbei. Die Corona-Zahlung hat man an der Schuldenbremse vorbeigetrickst. Man hat damals, also es gab ja vor der Schuldenbremse auch schon Schuldenregeln, in der Finanzkrise die Bankenrettung komplett daran vorbeigeschafft. Man hat das Sondervermögen für die Bundeswehr daran vorbeigemacht. Das sind Corona und eine Bremse, die den Sozialstaat abbauen sollen. Also damit will man eine Kürzung bei Bürgergeld oder bei der Rente oder bei Krankenversicherung oder sonst wo rechtfertigen, aber nicht Kürzungen in den Bereichen, die der Regierung wichtig sind. Naja, naja, naja. Das Corona-Sondervermögen und das Sondervermögen für die Bundeswehr sind unterschiedliche Fälle, weil es in dem Fall eine Regelung in der Schuldenbremse ist, dass man in Notfällen Geld seitens des Staates als Schulden aufnehmen kann. Kann man natürlich als Deficit Spending auffassen. Das ist ja schon in der Schuldenbremse drin als ein Aspekt. Ja, also es sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten, sich an der Schuldenbremse vorbeizuwieseln, aber letztlich hat man die Schuldenbremse in beiden Fällen de facto ausgesetzt. Und was ist ein allgemeiner Notstand? Das ist in der Schuldenbremse nicht definiert. Also man könnte alles zum allgemeinen Notstand deklarieren. Allein deswegen hat so eine Regel nichts in der Verfassung zu suchen. Dem würde ich sogar eigentlich zustimmen. Nur das Problem ist ja, wenn wir jetzt die Schuldenbremse aufheben zum Beispiel und wir sagen, ja okay, wir können Schulden aufnehmen, um zum Beispiel zu investieren. Das ist ja immer so der Grundgedanke. Ja, in Krisensituationen, wenn keiner mehr investiert, dann muss der Staat diese Rolle übernehmen und dann gibt er halt Geld aus, was dann die Firma oder die Privathaushalte nicht ausgeben wollen und halt zur Investition. Der Grundgedanke, warum man ja ursprünglich die Schuldenbremse eingeführt hat, das hatten wir glaube ich auch im Gespräch, habe ich ja mit Carly mal einen aus dem Chat, der ist auch eher so politisch in deine Richtung. Die Schuldenbremse wurde ja grundsätzlich eingeführt, weil man sich nicht einigen kann oder konnte, was ist jetzt eine Investition, wofür ist es gerechtfertigt, dass man Schulden aufnehmen kann. Ist das jetzt für die Bildung, kann man das als Investition aufgreifen, kannst du den Sozialstaat, kannst alles irgendwie als Investition aufgreifen, nur dann halt ab 60 ist Schluss, da kann man dann keine Schulden mehr aufnehmen. Es ist halt, du kannst Investition nicht definieren und dementsprechend halt unendlich viele Schulden aufnehmen. Ja, alleine deswegen finde ich diese Diskussion auch ein bisschen schwachsinnig. Also, du hast gerade gesagt, der Staat soll investieren, wenn die Privatwirtschaft das tut, die Unternehmen machen das seit 20 Jahren nicht mehr. Die Unternehmen sind seit 20 Jahren sparrer. Moment, das habe ich also nicht gesagt, dass das stimmt, dass seit 20, 30 Jahren die Firmen die Rolle, die sie ursprünglich ja gedanklich haben, dass sie investieren in die Zukunft. Nur der Grundgedanke dahinter, warum man die Schuldenbremse abschaffen möchte, ist ja, damit das dann der Staat übernimmt, oder nicht? Ja, wer soll es denn sonst machen? Das Ausland? Die privaten Haushalte? Es gibt sonst niemanden. Naja, da kann man jetzt drüber reden, was dann dagegen die Lösung ist, nur um den Punkt, den ich am Ende jetzt hier machen möchte, ist, dass die Schuldenbremse ja einen konkreten Grund hat. Der Grund der Schuldenbremse ist, der Staat soll sich nicht zu sehr verschulden, weil dadurch eben negative Konsequenzen entstehen können, durch zum Beispiel Inflation, durch Geld, was extra gedruckt wird. Was Quatsch ist, was auch Quatsch ist, sachlich. Naja, durch zu hohe Schuldenaufnahme kann eine Entwertung des Geldes entstehen. Nein. Also, wenn du zu viel realwirtschaftliche Nachfrage erzeugst, akut, ja, aber wenn du einfach nur einen absolut hohen Betrag an Staatsschulden hast, dann entsteht dadurch keine Inflation. Also Japan hat beispielsweise eine Staatsschuldung von weit über 200 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, und den Industrieländern mit die niedrigste Inflationsrate. Ich kann mal dem Thema nicht mitreden, ich höre euch einfach gespannt zu. Ich kenne mich da leider nicht aus. Ich glaube, Panda auch nicht. Das Ding ist, wir rutschen auch gerade so langsam wieder eine Wirtschaftsdiskussion, obwohl wir eigentlich über Wokismus reden sollten. Mit wir dann darauf kommen. Ja, manchmal entwickeln sich die Gespräche halt einfach in irgendeine Richtung. Ist ja meistens ganz harmonisch, aber wir können ja vielleicht noch ein, zwei Punkte Ende machen und dann gehen wir glaube ich wieder rüber zum Wokismus, denke ich. Warum sind die Japaner auf der Weltrangliste abgestiegen, fragt der Fiese Fertzak. Sind sie das? Sind doch die Nummer vier, oder? Die sind die Nummer drei, aber in einer anderen, nein, das ist die Rangliste, wo du die Wechselkursschwankungen drin hast. Wenn du dir langfristige BIP-Vergleiche angucken musst, dann brauchst du das konstante kaufkraftbereinigte BIP. Das heißt, solche Wechselkursschwankungen, die müssen da raus. Es gibt gerade massive Carry-Trades auf den internationalen Währungsmärkten. Das heißt, ganz viele Carry-Trader, die leihen sich gerade Geld in Yen, wo sie niedrige Zinsen zahlen müssen und legen das dann in Dollar oder Euro, wo sie mehr Zinsen bekommen an und dadurch steigt der Wechselkurs des Euro und der Wechselkurs des Yen sinkt. Das hat realwirtschaftlich nur einen Effekt, also die Inflation in Japan ist ein bisschen höher, also auch nicht relevant, die ist da bei drei Prozent, also nicht viel höher als bei uns und die japanische Exportindustrie gewinnt massivst an Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, Japan erlebt gerade einen Exportboom durch diese Yen-Schwäche. Das heißt, realwirtschaftlich nutzt das Japan sogar eher. Also dieser Wechselkurs-Effekt, das ist ja nur ein kurzfristiger Effekt. Wenn Japan jetzt ordentlich Leistungsbilanzüberschüsse macht und die Wirtschaft in der Eurozone weiter abschmiert, dann wird der Yen sich auch wieder auf die alten Stände zurückgewegen. Also kein Land kann dauerhaft so eine schwache Währung haben, wenn es so hohe Überschüsse hat. Also das geht nicht lange gut, zumal die EZB angesichts der Schwäche der europäischen Wirtschaft die Zinsen sehr bald wieder senken wird müssen. Also die Carry-Trader, die können temporär Wechselkurse verzerren, aber das ist kein dauerhaftes Ereignis. Okay, ich würde dann so langsam, weil wir sind schon sehr lange bei dem Wirtschaftsthema, nochmal kurz zurück, vielleicht auch Richtung Bündnis Sarah Wagenknecht und vielleicht auch im Osten, weil das jetzt relativ interessant sein wird. Ich meine, dass Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt auch angekündigt haben, also zumindest Wagenknecht selbst, dass man auch bereit ist, im Osten, in Thüringen mit der CDU zu koalieren, um eine Regierung der AfD zu verhindern. Was sagst du dazu? Wie sinnvoll ist es mit der CDU zu koalieren? Wo haben die das angekündigt? Ich habe das eben gerade sogar einmal gegoogelt. Schick mir mal den Artikel, das wäre absolut problematisch, wenn das da irgendwer gesagt haben sollte, diesen Idioten, sollte man dringend aus jeder politischen Verhandlung Wagenknecht würde schicken mal den Link, dann kann ich das vielleicht einblenden. Die Medien, die schreiben sehr häufig sehr für Unsinn, deswegen schick mal bitte den Link und die Zitate, mit denen das belegt wird. Wobei, ich kann jetzt nichts einblenden, weil ich Discord gerade streamen, da will ich jetzt nichts ändern. Sagt einfach, was da steht. Also ich habe es mal in Themen gepostet, den Channel solltest du sehen können. In unserem Server. Müsste ein neuer Tab sein mit Istos. Die Frage ist, das wäre für mich jetzt eine neue Nachricht. Die Frage ist, steht da auch, hat sie konkret gesagt, um die AfD zu verhindern? Das hast du ja gerade so gesagt. Moment hier, im Zweifel ist es vielleicht besser, als wenn Kretschmer mit der AfD regiert, heißt es. Ja gut, dann bietet sie sich an. Wo heißt das? Hat sie das gesagt, oder? Sagt sie weiter, ja, es geht um das, was Wagenknecht gesagt hat, das war ein Zitat. Schau es dir ruhig selber mal an, er hat den Link ja bei Team Weigern. Im Tagesspiegel, oder was? Das ist der Tagesspiegelartikel, den ich gelesen habe. Sie wird zitiert. Wie sonst? Ich habe lange mit mir gerungen, weil hin und her gerissen. Sagt er sie im Interview mit der Zeitschrift Superilu, was auch immer das antwortet. Ja, aber in Bezug auf die Parteigründung. Mit wem sollte BSW sonst im Osten koalieren? Da bleibt ja nur die CDU. Ich kenne da noch eine andere Partei. Ich kenne da aber auch eine andere Partei theoretisch, die gar nicht mal so schwach ist im Osten. Naja, die, naja, alles, was wir von der Wagenknecht-Partei gerade mitbekommen haben, auch hier dieses Bündnis Sarah Wagenknecht, wurde ja immer konkret gesagt, wir werden nicht mit der AfD koalieren. Ich meine, deren einer Typ da, der da gesessen hat, hat konkret auch gesagt, dass sie die Partei gegründet haben, weil die AfD so stark ist. Alter, das war ja eben in der Pressekonferenz eines deren Kommentare. Was hat sich da eine vorgestellt sogar? Ähm, 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 ja, aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Also Alice Weide hat auch schon gesagt, dass eine Koalition mit der Wagenknecht-Partei ausgeschlossen ist, und zwar bevor diese Partei überhaupt gegründet war. Also da gibt es einige Politiker, die da offener waren, wie beispielsweise Björn Höcke, aber da scheint Wagenknecht auch nicht so zugetan zu sein, und es ist strategisch, ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Das müssen letztlich natürlich die Landesverbände entscheiden, wie sie mit denen zusammenarbeiten, und ich würde ehrlich gesagt sagen, dass eine Minderheitsregierung wahrscheinlich besser wäre, also entweder, dass man eine AfD-Minderheitsregierung toleriert, oder dass man sich halt tolerieren lässt und sich dann die Mehrheiten zusammensucht, wie man es gerade braucht, aber also je nachdem, wie stark man halt wird, also je nachdem, in welcher Verhandlungsposition man ist. Jetzt gerade sieht es so aus, als wäre das ein Reinfall, die Partei, die sind gerade bei Umfragen bei unter 1%. Äh, du, ich glaube keine Umfragen, das ist auch ein Vorschlag. Es gibt ja noch kein Parteibuch da. Über sowas jetzt noch zu spekulieren, finde ich schwierig. Ich finde auch diese Umfragen immer sehr fragwürdig, die da haben, der seit einem Jahr jetzt auf Platz 1 ist, so den kein Mensch eigentlich kennt. Nee, ich finde es halt immer... Okay, das ist jetzt diese eine Aussage im Tagesspiegel, der sehr allgemein gehalten ist. Also ich kann da nicht... Ups. Ist er rausgeflogen? Ja, ist er rausgeflogen. Ja, hat es ihn gerade gekickt, ja. Ich habe ihn gebannt, ne? Mitten im Satz ist bestimmt gleich wieder da. Warum die LSM-AfK-Tranke? Kann man mir das erklären? Ich schiebe ihn nochmal rein. Hallo? Und dann Einfluss zu nehmen ist in Form von Minderheit. Du warst kurz weg. Du warst kurz weg. Du warst jetzt die letzten 15 Sekunden, du bist irgendwie aus dem Kanal gerade geflogen. Wir haben dich wieder zurückgezogen. Ich weiß nicht wieso, aber du wurdest in den AFK-Channel gemoved. Müsstest du vielleicht noch mal die Kamera anmachen, weil die ist jetzt ausgegangen dadurch. Ja, kann ich machen. Aber wie gesagt, das ist diese eine jetzt vom Tagesspiegel, wenn du aus dem Kontext gerissen, eine Aussage. Ich kann da nicht viel zu sagen. Die ist auch noch vom Oktober letzten Jahres. Also ich glaube, Koalition mit der CDU, mit der SPD, mit den Grünen, mit der FDP, die sind ausgeschlossen. Also im Prinzip mit allen, mit allen Parteien, die gerade im Bundestag sitzen. Natürlich. Also das Ziel, das hat Maximilian Krah ja bei der AfD auch gesagt, das Ziel ist nicht, mit der CDU zu koalieren, sondern das Ziel ist die Zerstörung der CDU. Und auf der linken Seite würde ich das gleiche für die Wagenknecht-Partei formulieren. Das Ziel darf nicht sein, mit SPD und Grünen zu koalieren irgendwann, sondern das Ziel muss die Zerstörung dieser Parteien sein. Hört sich ja passiert an. Hört sich ja passiert an. Ja, natürlich, diese Parteien wollten nie mit der Linken koalieren. Das heißt, es gibt nicht mehr eine realistische Machtoption. Also selbst wenn man, selbst wenn man den Großteil von dem, was die Parteien machen würden, nicht ablehnen würde, gibt es keine realistische Machtoption. Sowohl aus inhaltlicher als auch strategischer Sicht wäre das ein Riesenfehler, da zu sagen, wir sind koalitionsoffen. Und bei den Grünen, da hat Wagenknecht ja auch ganz explizit gesagt, wir schließen eine Koalition mit dieser Partei aus. Glaubst du, Wagenknecht schafft es eine Partei bundesweit, auf die Beine zu stellen? Ich hoffe es. Und du musst auch deine Kamera anstellen, by the way. Ja, ich bin hier gerade in Discord am Suchen. Ich bin technisch auch nicht sehr... Wir sind auch alles Technik-Boomer hier, keine Sorge. Also eigentlich nur Outdoor... Ich würde mich da rausnehmen. Star vor allem. Star vor allem. Das heißt hier vor allem nicht. Ah, jetzt habe ich es wieder. Sehr gut. Noch nicht? Die ist aber bestimmt gleich. Ja, ja. Nee, ich meinte, ich habe gerade den Dings gefunden, wo ich draufklicken muss. Ah, okay. Da sehen wir es wieder. So, ich hoffe, der Knopfdruck reicht jetzt. Wo ist denn die Cam hier? Ja, jetzt sehen wir dich wieder. Sehr schön. So, wie war nochmal die Frage? Da? Oder hat er schon drauf geantwortet? Ja, er hat ja gesagt, er hofft es. Okay. Sonst würde ich sagen, mal wieder zurück zum Wokismus. Ja, ich kann mir das immer verknüpfen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Wie schätzt du die Partei da ein? Weil ich habe zum Beispiel bei Schlomo gehört, ja, seine Einschätzung diesbezüglich, die sind wohl ein bisschen dagegen, aber wahrscheinlich nicht genug. Ihn stört es, dass sie nur die Cancel Culture kritisieren. Und da verkennt er, dass die Cancel Culture das wichtigste Machtinstrument der Wokisten ist. Denn der größte Pfland der Wokisten ist nicht irgendeine konkrete Partei oder Bewegung, sondern der größte Pfland ist der freie Diskurs. Ich habe es ja schon gesagt, selbst so Leute wie KuchenTV, die relativ unpolitisch sind, können die Wokisten spielend leicht auseinandernehmen, weil sie keine Argumente haben. Deswegen gehen sie auch in keine Gespräche, genau. Ja, ja. Und wenn sie in Gespräche gehen, dann versuchen sie sofort das Narrativ zu kontrollieren. Ich meine, selbst wenn sie beispielsweise mit Erwin oder Imp reden, müssen sie das ja schon wochenlang vorbereiten, dass sie sich gegenseitig raten und dann möglichst viele Nachrichten geschrieben werden, dass auch, ja, das richtige Narrativ rüberkommt, denn jeder, der sich das neutral ansieht, der sieht dann halt, dass diese Leute keine großen Argumente haben. Sie wissen, dass sie keine Argumente haben, das wissen sie sogar selber. Sie wissen, dass sie nur Framing haben. Sie reden sich das dann auch noch, also sie reden sich das dann ja auch sehr lustig schön. Sie sagen dann, ja, die Menschen sind es halt zu blöd, um das zu verstehen, die sind nicht politisch gebildet genug, wären sie so politisch gebildet wie mir, dann würden sie das auch so sehen. Also es ist eine sehr elitistische Ideologie, die sich auch nur an gebildete Schichten richtet. Also wenn man über solche Themen beispielsweise Volksabstimmungen durchführen würde, das glaube ich auch sehr wahrscheinlich eine Forderung der Wagenknecht-Partei sein wird oder ich weiß nicht, ob sie jetzt schon im Vereinsprogramm steht oder im Parteiprogramm wird es auf jeden Fall stehen, das stand ja auch schon bei der Linken im Parteiprogramm, dann hätten die Wurkisten keine Chance. Also wenn beispielsweise eine Volksabstimmung über Migration machen würde, da würde jetzt keine, da würde jetzt nicht rauskommen, ja, lasst sie alle rein, jeder sollte nach einem halben Monat hier in Deutschland einen deutschen Pass bekommen. Also was sich einige in der Linkspartei vorstellen. Das wird wieder nie und nimmer rauskommen. Und deswegen sind ja auch meiner Ansicht nach hier die ganzen Mainstream, ich nenne es jetzt mal Altparteien, auch gegen Volksabstimmung. Genau, das Argument habe ich ja auch schon aufgebracht. Es gibt eigentlich im Prinzip nichts Demokratischeres als Volksabstimmung und es gibt definitiv einige politische Inhalte, die hier umgesetzt werden seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, die schon immer gegen die Mehrheitsmeinung oder Mehrheitsbevölkerung war. Zum Beispiel, wenn wir das Thema Migration betrachten, es hat noch nie in diesem Land, ich denke, passt gar keinem Land, das ist jetzt nicht nur auf Deutschland anzuwenden, eine Befürwortung für eine Massenmigration gegeben, mehrheitlich, noch nie. Wahrscheinlich sind fast alle Länder der Welt, wenn nicht alle, sogar dagegen, ja, weil trotzdem passiert ist und da wäre zum Beispiel eine Volksabstimmung doch etwas ganz Tolles. Oder wenn man dann später auch wieder Thematik wie eine Impfpflicht oder sonst irgendwas hat, für sowas wäre das ja mal ein tolles Tool, aber sowas ist ja nicht gerollt bei diesen Parteien. Ja, ich meine, man kennt ja meinen Text zu Volksabstimmungen, ich bin da grundsätzlich gegen, ich sehe einfach nicht, dass die Bevölkerung die Kompetenz hat, dass sie über sowas abstimmen, was schon am Ende fachspezifisch sein muss eigentlich. Die Kompetenz entscheidet sich ja nach dem heutigen System darüber, dass du halt alle vier Jahre wählst. Naja gut, aber da kann man doch auch schon die Kompetenz der Leute absprechen. Wer weiß denn überhaupt, wofür die Parteien genau stehen? Die meisten wählen einfach das, was sie schon immer gewählt haben. Dann gehen wir jetzt zu den Medien über, das ist natürlich das nächste Problem. Medien framen, Medien machen Propaganda, die Leute wissen gar nicht, was so richtig, wofür sie dann wählen und so weiter und so fort, was natürlich ein sehr großes Problem ist. Ja, selbstverständlich. Und dann ist auch eine Volksabstimmung. Das können wir halt bei normalen Wahlen viel eher, wo es einfach nur darum geht, ein Lebensgefühl zu vermitteln oder wo sie vor der Wahl das Gegenteil dessen erzählen können, was nach der Wahl gemacht wird. Also das geht auch bei einer Volksabstimmung, wo später das umgesetzt werden muss, über das abgestimmt wurde, viel schwieriger. Das stimmt. Also mit dem Argument könntest du auch Wahlen abschaffen. Bei Volksabstimmungen wird ja auch am Ende ein Grundgefühl an die Bevölkerung vermittelt, dann ist die Frage, wer stimmt ab, wie kriegt man das Logistische hin. Nein, wir sind nicht die Schweiz, die Schweiz ist vielleicht so groß wie Bayern ungefähr von der Einwohnerzahl. Wir sind ein 85 Millionen Land. Das ist, was die Infrastruktur angeht, etwas völlig anderes, wie man das aufbaut oder überhaupt durchsetzen kann, eine Volksabstimmung bundesweit. Wir haben allein schon gesehen, was bei Wahlen alles passieren kann, allein in Berlin. Ähm, das Problem ist, was ich eben habe, ich bin kein Fan von der Demokratie. Ich finde den Satz recht gut, ja, Demokratie ist kein gutes System, aber ist das Beste, was wir haben. Ich bin vielleicht nicht der größte Fan von Churchill, aber da hat er recht. Äh, die Entscheidung, die Meinung der Mehrheit ist nicht die richtige. Ihr ist da, aber... Es ist kein Kriterium dafür. Aber, äh, wer, wer, wer soll dann entscheiden? Wer, wer, wer hat das, äh, weil du jetzt zum Beispiel sagst, ich weiß es besser als ihr alle. Ich hab das. Als Beispiel, können wir dann sagen, ja gut, dann mach, du, du weißt es besser. Nein, so funktioniert das nicht. Dann gibt mir das recht. Äh, nee, es ist halt schwierig. Wie gesagt, es ist das beste System, was, äh, was es gerade gibt. Äh, ich sehe nur einen weiteren Schritt in die Richtung, dass man das, dem Volk noch mehr Autorität und noch mehr Möglichkeiten gibt, nicht als einen richtigen Schritt an. Deswegen sage ich ja immer wieder, weil du hast ja diese Angst, dass das Volk nicht weiß, wofür sie abstimmen. Deswegen sage ich ja immer wieder, wie wichtig es auch ist, dafür zu sorgen, dass wir wirklich Objektive, oder, äh, es gibt nicht Objektivität, aber halt so objektiv wie möglich unsere Medien gestalten, dass wir da wirklich entweder so wenig Propaganda wie möglich drin haben, was schwierig ist, oder dass wir zumindest eine diversifizierte Propaganda haben, wie er eben bei den Öffentlich-Rechtlichen auch meintet mit rechts, links und so weiter, dass alles, äh, halbwegs, äh, wieder gespiegelt wird. Objektivität durch Pluralismus, ja, das hatten wir ja schon drüber geredet. Ich bin da, dem stimme ich natürlich zu, äh, das Problem daran ist, eine Demokratie braucht es eben, eben, gibt, braucht es eben Propaganda. Wenn es einen Alleinherrscher gibt, der muss die Bevölkerung nicht anlügen, weil der muss, braucht keine Zustimmung. Gut, wenn er nicht will, dass jetzt, äh, Leute mit fucking Missgaben vor der Tür stehen. Es gibt kein perfektes System. Wir wollen nur versuchen, halt so nah wie möglich zu kommen, ne? Ja, aber, ähm, also... Ja, ähm, 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 anwenden. Ja, das ist eben die Schwierigkeit. Es bräuchte, bräuchte ja theoretisch einen Herrscher, dem tatsächlich das Wohl der Bevölkerung oder halt... Du redest jetzt vom guten König, aber den gibt es ja nicht. Der gute König zum Beispiel oder halt ein aristokratisches System. Es hat immer die Schwierigkeit, wie man das am Ende macht, dass man eine Auswahl hat. Äh, deswegen bin ich ja, äh, deswegen sage ich ja, die Demokratie ist nicht das beste System. Es ist, äh, das Beste, was wir heutzutage halt haben. Und wir haben jetzt Wahlen festgelegt. Jetzt ist die Frage, sollte man das System dann noch weiter ausbreiten als das, was wir jetzt schon haben? Ja, aber dieses Mischmasch, was wir ja gerade haben, ist ja quasi das Schlechteste von beiden Welten, was wir gerade theoretisch haben, Star. Also, äh, da bin ich dann tatsächlich doch für mehr Demokratie. Ich schreibe gerade, ich lese gerade im Chat, der Pilot hat, äh, geschrieben, für ihn ist wohl auch eine Scheindemokratie im Momenten, äh, momentanen Zustand. Den Take habe ich ja tatsächlich auch mal gebracht, da werdet ihr euch dann erinnern, Panda und Star, da habt ihr mich ja voll für angefeindet. Oder zumindest der Chat, der Chat zumindest. Ähm, ich sehe es halt, das ist eine Definitionsfrage. Ja, ist eine Definitionsfrage. Aber ich sehe es halt nicht. Für mich ist es halt eine Scheindemokratie, wenn ich sehe, dass die Mehrheitsbevölkerung seit Jahrzehnten oder eigentlich schon immer, zum Beispiel, gegen Massenmigration ist, die einem aber trotzdem seit Jahrzehnten aufgezogen wird. Und das haben wir auch in anderen Thematiken. Die wichtigen Fragen werden ganz selten von der Bevölkerung getroffen. Und wo ist das dann demokratisch? Darfst du aber auch nicht vergessen, die Bevölkerung hat das gewählt. Ja, aber... Die Grünen hatten bei der Letterswahl 18 Prozent oder sowas. Ja, und vorher war Merkel als konservative CDUler gewählt und die hat es auch gemacht. Und danach wurde die CDU trotzdem noch weitergewählt. Entschuldigung, sehr großen Anteil. Ja, die gleiche Frage, die du da gestellt hast. Welche Alternative hatten die Menschen? Also die AfD, die gibt es ja erst seit zehn Jahren. Und auf der linken Seite, da gibt es ja gar keine Alternative zu dieser Politik. Also jetzt wird die Wahlrecht-Partei gegründet, aber da sieht man doch, wie verzögert das kommt. Also wenn einfach Unterschriften sammeln und eine Volksabstimmung hätte machen können, dann wäre das doch viel schneller gegangen. Bleiben wir halt wieder bei den Problemen, die damit einhergehen. Wir stellen uns vor, wir haben eine Volksabstimmung. Dann heißt es, man braucht enorme Aufwände, dass man sie bundesweit einsetzt. Es wäre einmalig. Es gibt keinen anderen Stadt, der es hat. Sollte man in unserer Größe. Schweiz ist nicht unsere Größe, das darf man nicht vergessen. Das heißt, es ist immer erstmal, die Machbarkeit ist halt ein großer Punkt. Wie kriegt man das überhaupt hin? Dann ist noch ein anderer Punkt. Das Volk müsste dann halt auch eine informierte Entscheidung treffen. Dann ist die Frage, inwiefern wird diese Volksabstimmung einen Einfluss haben, was dann für das wieder entschlossen wird. Wird das dann so sein, dass man ein direktes Gesetzes, Gesetzspapier abstimmt? Wird das eine Vorgabe sein? Und wenn ja, wer überprüft, dass die eingehalten wird und so weiter, da entstehen halt viele Probleme und Fragen, mit denen man umgehen muss. Letztlich müsste man natürlich ein Gesetz abstimmen. Also man sieht doch bei so Abstimmungen wie dem Brexit, dass man dem Volk nicht einfach eine Frage vorlegen kann und dann macht das Parlament ganz lustig damit, das was es sich von sich aus denkt oder setzt eine zweite Abstimmung an, sondern es muss natürlich eine bindende Abstimmung sein. Alles andere führt nur zu Chaos und zu Unzufriedenheit, weil das Parlament dann das Gegenteil dessen macht, was das Volk vorher gesagt hat. Okay, der Brexit finde ich jetzt ein gutes Beispiel. Der Brexit war ja quasi eine Entscheidung, wollen die Großbritannien aussteigen aus der EU? Das war eine Grundfrage von wegen auf dem Level ungefähr... Moment, Moment. Das wäre ja eine Frage ungefähr auf dem Level von, wie Outlaw gerade gebracht hätte von wegen, wollen wir mehr Migration, ja oder nein? Das haben wir ja schon gesehen, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass man weiß, wofür man abstimmt und was am Ende daraus entsteht. Es bräuchte also eine konkrete Gesetze oder zumindest konkrete Richtlinien, nachdem abgestimmt werden muss. Und dafür hat einfach, das Volk nicht die Qualifikation. Doch, also ich gebe mal ein gutes Beispiel für eine Volksabstimmung, wo man klar ein klares, dem Volk klare Kriterien vorgelegt hat, wo die Regierung dann aber später trotzdem das Gegenteil gemacht hat, weil sie nicht bindend war. Das ist die Volksabstimmung über die Vorschläge der Troika in Griechenland 2015. Da hat die griechische Regierung sich gedacht, so wir fragen jetzt endlich mal das Volk, was hält die von diesen Sparauflagen? Die Griechen haben sehr überraschend gesagt, nein, wir wollen nicht hier noch weitere zehn Jahre Sichtum haben. Und also die haben da wirklich konkret über die Vorschläge der Troika abgestimmt. Was hat die griechische Regierung dann gemacht? Sie ist nach Brüssel gegangen und hat diese Vorschläge dann angenommen. Also das hätte bindend sein müssen. Wenn das bindend gewesen wäre, dann wäre Griechenland heute sehr wahrscheinlich nicht mehr Teil der Europäischen Währungsunion. Also das hätte, das wäre schon so eine Grundsatzentscheidung gewesen, wo man die Menschen über was Konkretes hat abstimmen lassen. Also wo man wirklich gesagt hat, ja oder nein. Und bei der EU, also da war ja überhaupt nicht klar, wenn die Menschen jetzt sagen, wir wollen aus der EU austreten, wie sieht dieser Austritt aus? Wollen wir dann raus aus dem europäischen Binnenmarkt beispielsweise? Oder wenn wir aus der EU austreten? Also wie sieht das genau aus? Also theoretisch hätte die britische Regierung ja sogar die Möglichkeit gehabt, ein Ergebnis zu verhandeln, wo Großbritannien eigentlich formal aus der EU austritt, dann aber in allen EU Verträgen noch genauso drin ist. Also das war überhaupt nicht, da wurde über nichts Konkretes abgestimmt. Wie gesagt, in Griechenland damals hat man über was Konkretes abgestimmt, aber da hat die Regierung trotzdem das Gegenteil gemacht und sowas darf eben nicht passieren. Man braucht erstmal eine konkrete Frage, irgendein konkretes Gesetz, ein Papier, irgendwas, worüber konkret abgestimmt wird und danach muss das zwangsweise umgesetzt werden. Alles andere führt eben nur zu Chaos. Und die Regierung hat dann nebenher letztlich auch den Auftrag, die Bevölkerung aufzukommen. Weil da einer schnell fragt, heute würde es Griechenland sehr wahrscheinlich sehr viel besser gehen, wenn sie aus dem Euro ausgetreten wären. Der Euro war für dieses Land eine einzige Katastrophe. Das ist nur der Kurzsichtigkeit dieser ganzen und der Korruptheit dieser ganzen Regierung zu verdanken, dass das Land heute so am Boden liegt. Also die hätten schon 2010 aus dem Euro austreten müssen. Wie wärst du für Deutschland für einen Austritt aus dem Euro? Ich wäre für eine kontrollierte Abwicklung des Euro oder halt für eine Reform der ganzen Eurozone. Aber ich sehe für beides aktuell leider keine, dass eine Reform aktuell wohl eher realistischer ist. Also dass man die Regeln innerhalb der Eurozone reformiert. Ist die Frage, inwiefern funktioniert eine Währung überhaupt auf verschiedenen Staaten? Weil wir gehen jetzt wieder in die wirtschaftliche Richtung. Das heißt, ich ziehe mal kurz wieder am Tau und ein bisschen weg von der Wirtschaft. Wir gehen irgendwie immer wieder darauf zurück. Das Problem hieran ist, an was du gerade gesagt hast, zum Beispiel direkte Gesetzestext, wo man abstimmen würde. Ich traue das nicht mal mir selbst zu, dass ich wirklich einen Gesetzestext mir durchlese und dann darauf eine tatsächlich richtig gute Entscheidung zu treffen. Das traue ich nicht mal mir selbst zu, wenn ich den Artikel, wenn ich das, den Gesetzestext gelesen hätte. Und von den Leuten, die absolut, von denen hat, ja, das Ding ist, die meisten, die absolut meisten werden den nicht lesen, den Gesetzestext. Die werden vom Thema keine Ahnung haben und die werden auch solche Texte nicht verstehen können. Wir reden hier von der Mehrheit, der absoluten Mehrheit. Traue das nicht mal mir zu, dann möchte ich auch nicht, dass dann die Mehrheit für solche Gesetzestexte abstimmen kann. Da musst du sehr tief in der Thematik sein. Du musst juristische Ahnung haben, wenn du einen Gesetzestext analysieren möchtest. Und all das ist von der Mehrheit, finde ich, nicht erfüllt. Und deswegen habe ich damit ein Problem. Ja, aber auch dieses Argument geht doch noch sehr viel stärker für Wahlen. Wenn du dir nicht zutraust, über konkrete Gesetzestexte abzustimmen, wie sollst du dir dann selbst zutrauen, über Parteien, über Listen von Parteien abzustimmen, die sich dann so oder so zu diesem Gesetzestext verhalten können. Also du musst dann das Verhalten einer Gruppe zu hunderten verschiedenen Gesetzen im Vorhinein irgendwie durchdenken können. Das ist doch viel komplizierter, als über ein Gesetz abzustimmen. Naja, du kannst ein Parteiprogramm lesen und wissen, wofür eine Partei steht. Und wenn dir das gefällt, wählst du für die Partei, Es kann dich ja auch gaslighten, wie die Grünen. Die Grünen gaslighten das da. Das ist ja kein Argument. Die können ja da hinschreiben, ja, wir machen was für die Umwelt, aber in Möglichkeit wollen sie ganz andere Sachen. Ja, da sind wir wieder bei einem Problem der Demokratie. Nur, äh, das Ding ist, du kannst das halt nicht ersetzen. A, du brauchst, die war ja sowieso, du brauchst eine Regierung, die, brauchst immer eine Regierung, die am Ende Gesetzestexte verabschiedet. Du kannst nicht jedes Gesetzespapier, jede Kleinigkeit, die durch die, äh, durch den Bundestag geht, kannst du nicht als Volksabstimmung abstimmen. Das geht nicht. Das ist einfach logistisch nicht möglich. Das heißt, du brauchst dieses Problem, Moment, 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 dieses Problem der Wahn, hast du so oder so? Warum sollte man sich jetzt noch mehr Probleme aufhalsen und Volksabstimmungen machen? Ich weiß nicht, ob das mehr Probleme beursacht, also erstens das, aber zweitens... Probleme habe ich ja gerade zusammengefasst. Es läuft ja immer wieder auf den guten König bei dir hinaus. Das ist die optimale Lösung. Ich glaube, da wird auch keiner widersprechen, wenn es so was gäbe wie den guten Gott-Kaiser-König, der nur das Beste für alle will. Bin ich. Da würde wahrscheinlich jeder zustimmen, doch dass dieses Szenario ist genauso utopisch wie zum Beispiel dieser Kommunismus oder sonst irgendwas. Es ist nicht realpolitisch umsetzbar und ja, was ist dann das Beste? Es ist zumindest in der zweiten Generation dann utopisch. Den ein oder anderen guten König gab es, nur ist immer das Problem, wie er hält, wie sorgst du dafür, dass dann der Nachfolger auch ein guter König sein wird. Ich verstehe natürlich den Punkt. Ja, und wer entscheidet, wer ist der gute König? Die Linken werden bestimmt nicht sagen Höcke und die Rechten werden bestimmt nicht sagen, was weiß ich, Habeck oder so, keine Ahnung. Verstehst du? Naja, also wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass das System, wie wir es jetzt haben, also zumindest, dass eine stellvertretende Demokratie, wie wir sie jetzt haben, das beste System ist. Ich glaube, Volksabschwungen werden wahrscheinlich besser. Oder zumindest mehr Demokratie. Du bräuchst ja trotzdem irgendeine Form, wie die Regierung gebildet wird. Du kannst ja nicht jedes Gesetz abstimmen lassen. Ja, irgendeine Form von Repräsentation. Ja, das heißt, du brauchst ja eben eine, du brauchst ja eine Regierung. Du brauchst ja immer eine Regierung. Ja. Und wie wird die dann, wie, wie kommt die denn zustande? Die wird gewählt. Also sind wir dann bei einer, äh, repräsentativen Demokratie. Ja, ja. Und, äh, das könnte man eben noch ergänzen durch ein direkt demokratisches Element, was möglichst viel Raum einnehmen sollte. Ja, dem könnte, dem würde ich so zustimmen. Zum Beispiel, sagen wir mal, nehmen wir mal ein Beispiel, wie Ländler, ja, im Wahlkampf hingeht, um welche Versprechen machen. So, danach bricht er einfach jedes Versprechen und, äh, keiner kann etwas dagegen tun. Hier wäre doch zum Beispiel ein Tool des Volkes toll, das sagen kann, okay, wir haben dich gewählt, du hast uns aber verarscht. Die können dich jetzt dafür bestrafen, indem wir dich abwählen oder irgendwie sowas. So was zum Beispiel fehlt noch schon komplett. Er kann einfach ganz schieß rein lügen, ist er trotzdem vier Jahre safe und keiner kann dagegen was tun im Volk. Demokratische Neuwahlen so angeordnet. Da habe ich tatsächlich kein Problem damit. Da habe ich, das sehe ich als was Gutes an. Das wäre eine sehr gute Idee, ja. Würde ich auch zustimmen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich eher ein Befürworter eines Zwei-Parteien-Systems bin, wie halt in Amerika, weil es einfach aus dem Grund, unser System ist darauf ausgelegt, dass es möglichst schwerfällig ist. Du hast sehr, sehr viele Parteien. Wir haben mit sechs Parteien im Bundestag. Wir haben eine Regierungskoalition aus drei Parteien. Es müssen Kompromisse gefunden werden. Du brauchst ein großes oppositionelles Lager, damit überhaupt irgendwas passiert, damit du damit dann wieder Koalition brauchst. Es gibt Spaltungen, es gibt alles Mögliche und am Ende passiert einfach kaum was. Das ist eben das Problem an unserem System. Es war tatsächlich nicht unbedingt ein Problem. Es wurde ja darauf ausgebaut sogar. Das war ja der Grundgedanke, warum wir ein System haben, wie es jetzt ist, damit es möglichst schwerfällig ist, damit möglichst wenig passiert. Das amerikanische System hat den Vorteil, du wählst deinen Kandidaten, also du hast quasi, stellen wir uns vor, wir hatten eine Vorwahl erstmal zwischen CDU, AfD, in vielleicht gewissen Teilen FDP und die Heimat und daraus wird dann der Kandidat der AfD gewählt. Auf der anderen Seite haben wir dann die SPD, die Grünen, Teile der FDP als deren Walker-Flüge und halt die jetzige Linkspartei. Und daraus wird dann ein SPD-Kandidat gewählt und dann stehen die zur Wahl und am Ende wird dann der AfDler Präsident. Also eine Präsidialdemokratie möchtest du? Unter anderem finde ich das als kein schlechtes System, aber auch halt, dass du ein Zwei-Parteien-System hast, dass du quasi zwei Seiten hast, um halt... Ich würde sagen, das ist der entscheidende Punkt. Also das ist der entscheidende Punkt, die Präsidialdemokratie. Es gibt ja viele andere große Staaten, wie beispielsweise Frankreich. Man könnte jetzt auch weniger demokratische Staaten, wie Russland oder die Türkei nennen. Die Präsidialdemokratie sind, oder wie gesagt, Russland und Türkei kann man jetzt drüber streiten, weil die ziemlich rabiat gegen ihre Opposition vorgehen. Und wo der Präsident sehr viel handlungsfähiger ist als hier in Deutschland der Bundeskanzler. Aber da muss man, wie gesagt, über eine Präsidialdemokratie reden und nicht über ein Zwei-Parteien-System. Also dieses Zwei-Parteien-System in den USA, das führt ja zu einer Oligarchisierung. Also es führt dazu, dass du zwei Parteien hast, die am Ende das Gleiche fordern. Und egal, wer dann da Präsident ist, die Politik wird vom gleichen korrupten Beamtenapparat, vom gleichen Rat des Lobbyisten und Konzernvertretern gemacht, wie bei der anderen Partei. Also das führt ja genau zu einer noch weiteren Enddemokratisierung und das führt eben nicht zu einer besseren Elitenselektion. Also auch in der US-Politik sind ja jetzt nicht die kompetentesten Leute dadurch nach vorne gekommen, dass man gesagt hat, wir machen jetzt nur noch zwei Parteien. Ja, es gibt halt natürlich für jedes System am Ende Vor- und Nachteile. Ein großes Problem halt bei den Amerikanern ist, das ist ein Riesenland, 350 Millionen Einwohner. Es gibt halt auch mehr politische Haltungen als nur zwei, muss man dazu auch sagen, ne? Naja, am Ende würde es halt, würde sich eine der politischen Haltungen immer durchsetzen. Durch halt den Präsidenten. Ja, aber es gibt ja mehr als zwei, will ich damit sagen. Also es gibt ja durchaus so konservative Linke, progressive Rechte, konservative Rechte, progressive Linke, Zentristen. Naja, es gäbe ja für jeden einen Kandidaten. Ja, aber wenn beide Parteien das Gleiche wollen, dann hast du eine Haltung in zwei Parteien. Dann hast du keine anderen Parteien, die mehr dazukommen. Ja, Trump hat schon eine sehr große Diskursänderung vorgenommen. Ja, Trump, das ist jetzt das erste Beispiel in den letzten Jahrzehnten. Also seit Franklin D. Roosevelt haben wir ja keinen deutlichen Schwenk mehr in der US-Politik gesehen. Also wir haben auch... Ja, das muss wahrscheinlich auch so gewollt werden. Aber wann hat man das bei Deutschland das letzte Mal richtig gesehen? Mit Ronald Reagan vielleicht auch. Ja, das stimmt, das stimmt. Also du kannst, das kannst du bei unserem parlamentarischen System definitiv auch kritisieren, dass das nicht in der Lage ist, große politische Kurswechsel einzuleiten. Also wie gesagt, Franklin D. Roosevelt, dann Ronald Reagan, wobei man sagen muss, der Neoliberalismus, der wurde schon in Thinktanks überall zehn Jahre vorbereitet, bevor Ronald Reagan an die Macht gekommen war. Das ist hinter den Kulissen abgekartet gewesen und man hat ja gesehen, als die Demokraten an der Macht waren und der Bill Clinton hat sich daran nichts geändert. Also da hatten Wahlen auch nur einen sehr begrenzten Einfluss auf die Einführung des Neoliberalismus. Aber ja, wie gesagt, die einzige große Wende, die mich jetzt durch Wahlen wirklich ausmachen kann, also jetzt witzig durch Wahlen, ist Roosevelt eigentlich. Wir haben jetzt einen Trump, der zum Beispiel selbst sich auch offen hinstellt und sagt, dass das System gewickt ist und sowas. Das wäre ja, bei uns wäre das ja kommend undenkbar in jeder Hinsicht. Und dann haben wir noch mittlerweile ja bei den Republikanern ein deutlich sehr, 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 sehr starkes Anti-Woke-Lager. Wir haben einen DeSantis, der jetzt so ein, ja, der ist schon auch gut dabei. Wir haben einen Trump, der natürlich eine Ikone ist. Und wir haben einen Vivek, der ja richtig reinhaut, den ich sehr, sehr geil finde. Und die sind ja sehr, sehr stark gegen die Wokeness. Und einen Vivek, der ja seine Finanzierung größtenteils durch sein eigenes Geld macht. Der hat mehrere Millionen seines eigenen Geldes in seinen Wahlkampf gesteckt. Und da passiert deutlich mehr als bei uns, muss man so sagen. Ja, aber in den USA ist der Wokenismus auch viel, viel mächtiger. Das ist ja das Mutterland des Wokenismus. Also das ist ja an US-Universitäten entstanden, diese ganze Ideologie und auch zuerst durchgesetzt worden. Wir sehen ja mittlerweile, wie in den USA an einzelnen Unis nach Ethnien Bewerber ausgesucht werden. Also dass man gesagt hat, wir wollen so und so viele Schwarze, so und so viele Asiaten. Ja, das ist völlig irre. Also sowas gibt es ja bei uns noch nicht. Absolut, noch nicht, ja. Also wir sehen ja, dass das in den USA so viel weiter fortgeschritten ist, dass das natürlich auch eine stärkere Gegenreaktion provoziert. Wobei es bei uns ja natürlich auch anfängt, weil es gab nicht dieses Museum, das nur für Schwarze aufgemacht hat. Es kommt auch hierher immer mehr, aber es ist halt immer so ein paar Jahre, wenn nicht ein Jahrzehnt oder so, verzögert. Worauf ich aber auch hinweisen will, was da vielleicht manchmal auch nicht so sieht, wo man auch vorsichtig sein muss, ist, dass es natürlich dann auch durchaus mal populistisch verwendet werden kann, gegen den Wokenismus zu sein. Da muss man natürlich gucken, wie ehrlich ist das gemeint, was für Absichten sind denn dahinter, politisch gesehen. Das ist jetzt ein Libertärer und bla bla bla, so Sachen gibt es natürlich auch. Also nur, nur weil jemand gegen den Wokenismus spricht, heißt es jetzt nicht automatisch, dass das hier der Retter ist. Das will ich damit nur sagen. Weil du zum Beispiel jetzt so ein großer Fan auch von dem Neuen da bist. Wie heißt der nochmal? Der Inder, glaube ich, war das, ne? Ja, bei dem ich bin zum Beispiel nicht ganz sicher, aber weiß man halt nicht. Und doch, also ich habe von dem sehr, sehr, sehr viel gesehen. Zum Beispiel jetzt in Colorado, wo ja jetzt ein Trump disqualifiziert wurde, hat sich Vivek selbst auch zurückgenommen und hat die anderen aufgefordert, dass sie ebenfalls zurücktreten in Colorado zur Vorwahl, also den Pre-Terms. Alles, was ich von dem gesehen habe, und ich habe schon einiges gesehen, eigentlich nichts, gab es nichts eigentlich, woran ich zweifeln konnte. Also, dass der wirklich überzeugt auch gegen die Wokenness vorgeht. Der haut auch einige gute Dinge raus. Er hat sich zum Beispiel, was man vielleicht auch mal anschauen kann, der hat mal einen Space mit Elon Musk. Ne, das ist wirklich eine Empfehlung, da haben die dann mal zusammen, ich glaube, das würde auch hier Agitator der sozialen Marktwirtschaft interessieren, da haben die zusammen über, also Elon Musk und Vivek über Blackrock und State Street und sowas geredet. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Okay, Leute, die sich das trauen, die kann ich schon ein bisschen ernster nehmen, ja. Ja, das ist nämlich ein wichtiges Thema. Ich glaube, da würdest du uns zustimmen, Agitator, Blackrock und diese ganzen Thematiken, dass sie schon großen Einfluss haben. Definitiv, definitiv. Zu großen. Ja, deswegen wäre auch eine hohe Besteuerung von sehr hohem Vermögen etwas, was man anstreben sollte, um es zumindest auf nationaler Ebene hier in Deutschland in den Griff zu bekommen. Da habe ich es da ja tatsächlich schon öfters, wir hatten ja die Diskussion durchaus öfters, ich bin ja schon dagegen, Leuten ihr Geld wegzunehmen, dass sie sich irgendwie, wie auch immer, so lange es legal war, erarbeitet haben. Aber die Frage habe ich uns da immer wieder gestellt, ja gut, aber wir haben ja das Problem mit so diesen Geldgebern, NGOs und so. Was ist da die Lösung? Und da hatten wir dann tatsächlich keine richtige Antwort, wie man da wirklich gegen vorgehen kann, ne? Wenn die Leute da mit dem Geld durchdrehen, politisch gesehen. Ja, BlackRock ist eben ein Problem, was man dagegen machen kann. Gibt es ein paar Probleme, halt einerseits, sie haben halt ein komplettes Monopol. Ich meine, BlackRock, Sales with Vanguard, die gehören sich ja eigentlich gegenseitig. Sind ja gegenseitige, die größten Aktionäre. Das ist ja mehr oder weniger eine Firma. Das gibt es keinen freien Markt, keine Konkurrenz. Also können die am Ende ja machen, was sie wollen. Und haben halt dadurch extreme Macht durch ihr Monopol. Dazu kommt auch noch, dass sie eben nicht das tun, was sie eigentlich müssten. Nämlich das Geld ihrer Aktionäre so sehr wie möglich zu vermehren. Das machen sie ja nicht. Sie nehmen konkret in Kauf, dass, also die Firmen, die bei BlackRock zum Beispiel Geld investieren, nehmen konkret in Kauf, dass sie weniger Geld verdienen, um halt einen besseren ESG-Scored zu haben. Das widerspricht halt jedem Prinzip der Marktwirtschaft, dieses gesamte Konzept um BlackRock. Und da muss man eben tun... Widerspricht keinem Konzept der Marktwirtschaft. Naja, die Aufgabe der Firmen ist es, das Geld der Aktionäre so stark wie möglich zu vermehren. Das ist selbstverständlich im Markt die Aufgabe. Nee, die Aufgabe von BlackRock ist es, möglichst viel Profit zu machen. Und wenn man sich halt mit den Walkisten gutstellen kann, wenn man diese Agenda voranpushen kann und dann von der Regierung entsprechend auch Wohlwollen hat und die Finanzmarktregulierung auch entsprechend lasch bleiben, dann macht man das. Also das Ziel von BlackRock ist es nicht, das Beste für seine Kunden zu tun, sondern das Beste für sich selbst zu tun. Naja, das Wichtigste ist, dass man für die, in einer Aktien, als einer Aktiengesellschaft selbst, das Wichtigste für die Aktionäre, dass die da am meisten Geld haben. Das ist natürlich der Grundgedanke einer Aktiengesellschaft. Dazu ist es halt noch ein totales Monopol dadurch, dass die Firmen sich gegenseitig gehören. Das untergräbt den Grundgedanken eines Marktes, eines freien Marktes. Ja, und der ist sowieso eine Illusion. Deswegen hast du ja Kartellämter, die sowas eigentlich verhindern sollen. Also der Kapitalismus neigt immer zur Monopolisierung. Und bei solchen Superstrukturen wie BlackRock, da sieht man das halt besonders deutlich. Naja, viele Monopole entstehen halt auch dadurch, dass es staatliche Blockaden gibt, staatliche Regulierungen, die den Zugang für manche verschweren, für manche erleichtern. Weil sie halt zum Beispiel darunter profitieren. Ja, wir haben ja eine extreme Lockerung der Regulierung gesehen und davon haben vor allem die großen Unternehmen profitiert. Also solche wie BlackRock. BlackRock hat ja, glaube ich, irgendwann Anfang der 10er, irgendwann nach der Wirtschaftskrise 2008 angefangen, überall alles aufzukaufen oder sich einzukaufen eher. Das ging doch irgendwie nach der Wirtschaftskrise, glaube ich an. Wir sind übrigens schon wieder bei Wirtschaft gelandet. Ja. Ja, aber auch bei Wokenist. Welche Rolle spielt denn BlackRock zum Beispiel in Bezug auf die Wokenist? Wenn man sich hier den, wie hieß es nochmal, ES-Irgendwas-Score? ESG. ESG, genau. Der Score. Kennst du dich da aus, Salutator? Hast du dich schon mal damit beschäftigt? Ja, ja, ja. Das sind... Eigentlich sollte man damit Umwelt- und Sozialstandards sichern, aber das wird vielfach auch... Ja, unter Sozialstandards wird halt vielfach dann auch das Vorantreiben dieser Woken-Agenda gefasst. Das heißt, Unternehmen, die sich besonders woke geben, die schneiden bei diesen ESG-Scores dann häufig gut. Aber es gibt auch keine allgemeine Definition. Also man kann nicht irgendeine... Es gibt keine staatliche Regelung, das zählt unter ESG und das nicht. Also das wird sehr viel von privaten Unternehmen, wie beispielsweise BlackRock, bestimmt. Und da gibt es so eine Organisation wie die Human Rights Campaign, die das ganz aggressiv pushen. Und die wirklich... Also... Ihr hört es am Namen wahrscheinlich erstmal nicht. Human Rights Campaign, also Menschenrechtskampagne. Das klingt ja erstmal so, als würde ich nicht für Menschenrechte einsetzen. Das sind immer so Tarnungen, ja, ja. Ja, ja, ja. Wie Demokratie leben und sowas. Alle wissen, dass es um Wokeness geht. Das ist alles klar. Und die kümmern sich dann darum, dass diese ganze Woken-Agenda beispielsweise in diese ESG-Scores reinfließt. Und Unternehmen wie BlackRock, die spielen da natürlich mit. Aber was hat sie denn in BlackRock davon, so einen ESG-Score zu implementieren? Weil du ja meintest, die wollen Geld verdienen und deswegen machen die auch einen auf Vogue. Glaubst du nicht, dass sie eher selber ein Hauptfaktor in der ganzen Vokeness sind? Oder eher ein Profiteur nur? Die sind ein Profiteur. Also bei so großen Superstrukturen, da ist es ja völlig naiv anzunehmen, dass da Staat und Unternehmen getrennt handeln. Wenn ein Unternehmen so große Macht hat, dann muss es sich natürlich immer mit der Politik gutstellen, um noch mehr Macht akkumulieren zu können. Und da gibt es da natürlich Wechselwirkungen. Also da kann man ja eher jetzt nicht sagen, ja, BlackRock, das ist ein unpolitisches Unternehmen. BlackRock versucht dann natürlich entsprechend dem herrschenden Zeitgeist zu handeln, damit, wie gesagt, die Politik beispielsweise für günstige Finanzmarktregulierungen sorgt. Und BlackRock, also du hast gerade gesagt, BlackRock muss im Sinne seiner eigenen Aktionäre handeln. Und ja, im Sinne seiner eigenen Aktionäre. Nicht im Sinne der, deren Aktien sie verwalten. Das meinte ich ja, im Sinne der eigenen Aktionäre, nicht unbedingt im Sinne der Kunden. Das ist nicht immer gleichbedingungen. Also die Firmen, die bei BlackRock ihre Vermögen allerdings verwalten, müssten wiederum das Beste für ihre Aktionäre tun. Das habe ich ja auch eben, habe ich ja extra nochmal gesagt. Ja, ja. Aber ich habe euch unterbrochen. Ich glaube, ihr wolltet weiter reden. Da wäre nochmal eine nächste Frage. Also du glaubst zum Beispiel nicht, dass BlackRock quasi der Implementeur der Vokeness oder sowas ist, sondern die Politik. Nein, nein. Politik ist auch, also da es in den USA so eng verflochten ist. Also wenn du arbeitest in der Wirtschaft, du bist dann Bankmanager und dann wirst du Finanzminister. Also das gibt es, das ist ein extrem kurzer Weg. Aber das wird sich natürlich in, so solche strategischen Überlegungen, die werden sich natürlich erstmal in der Regierung gemacht. Die werden sich aber auch in Thinktanks gemacht, die eng mit der Regierung und den hohen Unternehmen verflochten sind. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist so eins zu trennen. Aber ja, ja, ja auch in Universitäten. Aber solche strategischen Überlegungen, wie wir pushen jetzt diese Vokeness auf Jahrzehnte. Wir treiben das, auch diese Identitätspolitik, wir treiben das vor allem voran, um beispielsweise die europäische Linke zu spalten. Also dass man die europäische Linke jahrzehntelang auf andere Themen gelenkt hat. Weg vom ökonomischen hin zuerst Umweltschutz, dann Feminismus, dann irgendwelche anderen Kulturkampfthemen. Das ist strategisch überlegt worden. Das wurde schon in den 50er Jahren aus den USA mit dem Kongress für kulturelle Freiheit gefördert. Also das ist so eine CIA-Tan-Organisation. Da hast du schon ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte dich nämlich jetzt als nächstes fragen, was glaubst du denn, was bezweckt diese Vokeness? Worauf läuft das hinaus? Was ist das große Ziel damit? Es ist ein Herrschaftsinstrument. Also erstmal kann man damit die Gesellschaft spalten. Man kann sie in Untergruppen spalten. Man kann sagen, hier habt ihr diese woke-Ideologie, wenn ihr euch für das Gute einsetzen wollt. Und für alle, die das ablehnen, hier habt ihr eine schöne rechtskonservative Politik, die das ablehnt, die dann aber genauso neoliberal, genauso im europäischen Fall transatlantisch ist, wie die andere Seite. Also man hat da zwei Seiten, die das gleiche machen. Das sieht man in Deutschland sehr gut. Also die CDU, die versucht sich ja gerade als Anti-Woke zu inszenieren, ist aber wirtschaftspolitisch, außenpolitisch auf genau der gleichen Linie wie die Grünen. Und ob sie da wirklich so gegen Wokeness ist, das würdest du dann nach der Wahl zeigen? Da bin ich ja bei dir, was die CDU betrifft. Also ich schaue mir die Parteien an und wenn ich schon sehe, dass sie pro EU, pro NATO, pro Amerika, transatlantisch sind und die CDU ist durch und durch transatlantisch, die ist so gegründet worden, dann weiß ich schon, das ist eine Partei, auf die kann ich nicht zählen. Da bin ich absolut bei dir. Aber jetzt in diesem Bezug, wie schätzt du dann, du hast es eben ja schon gesagt, es ist nicht homogen, richtig, aber zum Beispiel die AfD, den kann man ja jetzt kein Transatlantikum oder so vorwerfen. Das ist auch so der Punkt, wo ich sage, die AfD, finde ich da dann schon interessanter, jetzt im Vergleich zur CDU vor allem. Noch Teilen der AfD-Bundestagsfraktion schon. Also den kann man schon, Verflechtung zur Rüstungsindustrie, transatlantische Haltung, das sieht man auch, wie gesagt, gerade in der Ostkonflikt sehr stark, das kann man denen schon unterstellen. Wie gesagt, vor allem die West-AfD, in der Ost-AfD, da habe ich da sehr viele basierte Texte zugehört. Na, aber wir wollen jetzt nicht so konkret auf Deutschland gehen, das war ja nur ein Beispiel. Ja, 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 okay. Dann, dieser Walkismus kann man damit langfristig gesehen natürlich auch Kriege rechtfertigen. Also man hat ja beispielsweise unser Engagement in Afghanistan damit gerechtfertigt, dass wir dort Mädchenschulen bauen, dass wir uns für die Rechte der Frauen einsetzen. Das wird jetzt noch viel mehr kommen. Also in Zukunft wird man sagen, wir müssen ein Land XY einmarschieren, weil dort die Homosexuellen unterdrückt werden. Das haben wir jetzt gesehen in Ungarn und Katar im Rahmen der Fußball-Europa- und Weltmeisterschaft, die letzten beiden. Erst bei Ungarn, da war doch das Thema mit der Regenbogenflagge und dem Regenbogen-Allianz-Stadion. Bei der, war das die Europameisterschaft? Ja, ich meine schon. Und letztes Jahr Katar, ja, homosexuellen Rechte und all sowas, da gebe ich dir absolut recht. Das wird da auf jeden Fall, oder auch wenn man dann auch den Iran guckt, ja, hier eure Frauenrechte und so, das sehe ich tatsächlich auch so, ja. Dass das geopolitisch dann irgendwie so genutzt wird, damit man dann auch der eigenen Bevölkerung, die dann hoffentlich so wog wie möglich ist zu diesem Zeitpunkt, sehen dann auch rechtfertig, da guck mal, das sind die Bösen, wir müssen da was tun. Und dann fähr ich im schlimmsten Fall und fähr ich sogar irgendwann zu den Waffen oder zu anderen Mitteln greift. Ja, das kann ich mir schon so vorstellen. Wie seht ihr das, Panda? Panda, sag du doch mal was. Ja, es kann durchaus als ein solches Werkzeug genutzt werden, das sieht man ja. Das wird ja getan. Okay, Star? Ich widerspreche dir. Okay. Also, muss so sein eigentlich. Und dann bring mir deine besten Argumente. Du bist alt und hast keine Ahnung. Ich glaube, da sind genug Argumente. Okay. Ja, okay, ich bin doch von Star überzeugt. Das ist schade, okay. Naja, aber ich glaube, dann sind wir uns da einig. Ja. Ja. Das läuft ja schon, seit sie die Frauen zum Rauchen animiert haben, indem sie dadurch Selbstbestimmung als Grund nannten. Ja, die Fackel der Freiheit nennt man das, habe ich bei Erwin gelernt. Ja, aber ich habe das auch woanders schon gehört. Ja, Frauen zur Arbeit. Bitte? Oder auch Frauen zur Arbeit. Weil ja auch Selbstbestimmung und die Emanzipation. Ja, klar, da hat man ja auch von profitiert. Die Familien haben darunter gelitten, aber man hat halt mehr Arbeiter und Steuerzahler dann auch gehabt. Die Familienstruktur wird dadurch völlig aufgelöst, man ist mehr vom Staat abhängig. Wie siehst du denn so diese Thematik? Zum Beispiel den, wir waren ja eben im Thema Shuyoka, die ja immer alles als Frauenhass interpretiert. Was natürlich Quatsch ist, hast du ja auch schon gesagt. Aber wie siehst du so die Entwicklung vielleicht des Feminismus, des, nicht nur jetzt den, wie nennt man das, intersektionalen Queerfeminismus, dann vielleicht auch den von Alice Schwarzer in den 70ern und sowas, diese Bewegung. Damit habe ich mich, ich muss sagen, dazu habe ich mich zu wenig mit der Situation in der Bundesrepublik, der 50er bis 70er Jahre aus Frauenrecht angeht, beschäftigt. Also das war ja so diese Zeit. Ich weiß, dass Frauen in Deutschland seit 1919, also seit Gründung der Weimarer Republik, wählen durften. Aber da gab es ja noch rechtliche Benachteiligungen, wie weit die gingen, ob da jetzt Proteste gerechtfertigt waren, en Detail, keine Ahnung. Aber nachdem Frauen gleichberechtigt waren, ist sowas meiner Meinung nach nicht mehr gerechtfertigt. Die wichtigste Frage, die es da wahrscheinlich schon auf den Lippen hängt, Frauenwahlrecht auf oder zu? Auf. Okay. Hätte ja sein können, hätte ja sein können. Panda, wie siehst du das? Was? Willst du weiterhin wählen dürfen? Auf jeden Fall zu. Nein, natürlich. Ja, ist klar. Ich bin gegen das Wahlrecht für, äh, keine Ahnung, dumme Leute. Grüne, veganer. Veganer, äh, Männer. Gegen das Wahlrecht für Männer. Gegen das Wahlrecht. Panda ist gegen das Wahlrecht, merkt euch das. Oder das. Peter Ludolf fragt gerade mal, Meinung zu Björn Höcke. Hast du ja vorhin schon gebracht, vielleicht war er da noch nicht da, vielleicht ganz kompakt mal so für Peter. Also, er ist nicht transatlantisch, er ist nicht neoliberal, also scheint er nicht zu sein. Wie gesagt, ich würde mir wirtschaftspolitisch mehr Details wünschen. Er hat einen guten strategischen Blick. Und, ja, wie gesagt, also diese radikalen Redenäußerungen, die wir gehört haben, und, also die, diese, ja, sagt mir jetzt nicht so zu, aber ich habe da jetzt inhaltlich noch nicht so Schlimmes gehört, dass ich sagen würde, mit dem darf man nichts mehr zu tun haben, sondern ich finde, er ist einer der vernünftigeren AfD-Politiker. Ja, das ist genau auch mein Eindruck. Ich bin ja auch nicht so krass diepe drin gewesen, so, jetzt, was der einzelne Aussagen, Politiker und so betrifft, grundsätzlich, sondern eher im allgemeinen Programm. Ähm, und da habe ich natürlich auch immer gehört, äh, ja, Höcke, das ist ja so, der schlimme Nazia dies und das gesagt. Und ich bin dann natürlich jemand, der sich dann irgendwie selber damit auseinandersetzen will und sich selbst von etwas überzeugen will, warum das denn so schlimm ist, wenn ich das in den Medien höre. Da habe ich halt geguckt, so die besten Argumente waren, so, äh, ja, der hat mal, äh, zum Beispiel alles für Deutschland gesagt, oder, das war ja nur, äh, ne, das mit dem Kling Schuss Schiss war Gauland, aber, äh, hier irgendwie mit der Schande, äh, ne, hier mit dem Mahnmal, das ist, äh, halt die Schande, ja, das Mahnmal der Schande, genau, ja, nur das, und dann sieht man halt, dass das immer so aus dem Kontext gezogen ist und geframed wird, damit Mahnmal der Schande sagt er, ja, das war ja eine Schande, was wir getan haben, aber es wird so gesagt, als wäre es eine Schande, dass wir damit irgendwie, na, keine Ahnung, uns das hier aufbürden, und da denke ich mir, okay, wenn das die besten Argumente sind, muss man halt mal inhaltlich erstmal hinschauen, und inhaltlich, äh, finde ich halt echt sehr viel von ihm, sehr basiert, muss ich sagen, also, habe ich gar nicht so viel zu kritisieren, man kann natürlich schon sagen, dass er abends mal ein bisschen Provokation bei ist, in der Rhetorik, aber das ist ja heutzutage üblich im Politik-Game, selbst im Influencer-Game. Ja, aber manche Sachen finde ich wirklich drüber, also, wir werden Volksteile verlieren, da fällt mir jetzt keine gemäßigte Interpretation von einem beispielsweise. Und da würde ich sagen, da denkt er wahrscheinlich an die Demografie, die halt, äh, kaum noch Kinder bekommt, weil wir haben ja irgendwie eine Geburtenrat von was, 1,2 oder so derzeit, denke mal, in die Hinsicht wird das gemeint haben, ne? Ne, er meinte schon, Volksteile, die sich dieser Islamisierung und, was hat er da noch gesagt, nicht bereit und Arabisierung bereit sind, entgegenzustellen, also schon Volksteile, die einer anderen politischen Meinung sind als er, und das geht ja auch ziemlich in die Richtung, was Schlomo in seinem Talk mit Erwin gesagt hat, was ich schon drüber finde, also, was ich schon drüber finde. Naja, gemeint, selbst im Kontext dafür, gemeint war seitens Höcke ja nicht, dass er die umbringt oder dass er die einsperrt, sondern es ging hier vor allem um die Teile, die dann auswandern wegen der Politik. Das war der Grundgedanke, den Höcke dahinter hat. Okay, das wäre eine gemäßigte Interpretation, da muss man recht denken, wenn er damit meinen sollte, dass die Volksteile dann selber abwandern. Aber Schlomo hat ja beispielsweise vorgeschlagen, diesem einen Typen, also ich will da jetzt nicht im Detail darauf eingehen, das wäre, wenn man irgendein Problem mit jemandem hat, wäre es dann besser, das mit ihm direkt zu besprechen oder mit konkreten Aussagen. Also, ähm. Höcke, den WeTalk ist sass. Nee, nee, ähm. Aber glaubst du denn dann in dem Fall, wenn er sowas sagt, das wäre jetzt nur noch meine letzte Frage diesbezüglich, dass er da wirklich was Radikales meint, wie alle in die Züge oder was stellst du dir darunter, was ist denn dann deine Interpretation dessen, den du problematisch findest? Also, nee, also seine Forderungen, seine konkreten sind ja jetzt nicht radikal, er fordert ja beispielsweise nur das alte Staatsbürgerschaftsrecht zurück, also für neue Staatsbürgerschaften. Also nicht, dass Leuten, die schon eine Staatsbürgerschaft haben, dass die wieder weggenommen wird, sondern dass einfach für alte Staatsbürgerschaften wieder, also dass für neue Staatsbürgerschaften wieder das alte Recht gilt. Was wir ja bis zum Jahr 2000, glaube ich, noch hatten, ne? Ja, 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 und das ist ja eine legitime Forderung. Also sonst wäre ja die CDU von, also die CDU aus dem Jahre 2000 wäre dann ja verfassungsfeindlich verfassungsfeindlich. Das wäre ja völlig irre, sowas zu behaupten. Wäre sie heute, nach heutigem Maßstab wäre sie das, weil sie tatsächlich damals noch den ethischen Volksbegriff hat, einen ethnischen. Und der ist ja heute rechtsextrem. Ne, wie gesagt, wenn du jetzt sagst, wir nehmen Millionen Leuten, die schon die Staatsbürgerschaft haben, die wieder weg, das wäre was völlig anderes, die die legal bekommen haben. Oder wir selektieren Leute aus, die eine andere Meinung haben. Das wäre was völlig anderes. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das ist doch problematisch. Also wenn es nicht umsetzbar, auch realpolitisch dann den Leuten irgendwie eine Staatsbürgerschaft wieder wegzunehmen. Was aber auf jeden Fall schon mal wichtig wäre, ist, die Staatsbürgerschaft nicht so schnell auszuteilen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Hattest du ja auch vorhin was gesagt, so diesbezüglich. Ja. Ja, wie gesagt, das wäre dann für neue. Und was ich gerade noch sagen wollte, es gibt noch andere Leute, die außerhalb der AfD, die viel, viel krassere Äußerungen getätigt hatten. Markus Krall hat beispielsweise, der will jetzt auch eine Partei gründen, die Abschaffung des allgemeinen Wahlrechts gefordert. Und dann sagt der, ich will eine gemäßigte Partei zwischen CDU und AfD. Nein, das wäre nicht gemäßigt. Wie hat der das begründet, wenn ich fragen darf? Ich habe das nicht mitbekommen. Also alle Nettosteuerzahler haben noch ein Wahlrecht, alle Nicht-Nettosteuerzahler, alle die mehr Transfers bekommen als Steuern zahlen. Die haben kein Wahlrecht mehr. Okay, das ist so der, ich weiß nicht, war so schlecht. Ja, ist aber so der Libertärothek, ne? Also Nachwörter, Rentner. Ja, ja. Also solche Leute hätten dann kein Wahlrecht mehr. Ja, dann Adios Renten, Adios alles. Oder Leute, die in Unternehmen Arbeit zu Situationen halten. Ja. Ja, ja, okay. Nee, also gerade deine Haltung bezüglich Höcke, dass du selber auch von Anfang an schon gesagt hast, dass der für dich einer der, was war das Wort, gemäßigteren oder zumindest besseren, AfDlern oder sympathischeren AfDlern wäre. Fand ich ganz gut, weil ich da schon auch ähnlich sehe. So inhaltlich. Ja, genau, genau. Und da hat man jetzt zum Beispiel bei Erwin, der sagt dann immer so, oh nee, der ist ja ganz schlimm, aber ich habe mich eigentlich nicht mit ihm beschäftigt. Und da würde ich ihm immer raten, beschäftige dich doch mal damit. Äh, ja. So. Erwin hatte vor allem ein Problem mit dieser Äußerung von Schlomo, dass er Leuten, die die Staatsbürgerschaft schon haben, die wieder wegnehmen will, aufgrund nicht ziemlich klar festgelegter Kriterien, sondern ziemlich willkürlicher Kriterien. Ja gut, wenn das jetzt solche Ausgaben von Meinungen und so wäre, dann kenne ich das auch nicht gut. Aber jetzt zum Beispiel Leute, die jetzt straffällig werden, Verbrecher und so, da würde ich schon auch tatsächlich dann in Erwägung zielen, wenn es denn möglich ist. Aber nicht, wenn es Deutsche sind. Also. Ja, okay, ich weiß, wie du das meinst, ja, ja. Ja, gut, ist halt die Frage, wie man das dann auslegt. Ich meine, wenn das in Anführungszeichen Deutsche sind seit zwei Jahren, die sprechen kein Wort Deutsch, was auch immer und begehen dann härteste Strafen, kann man das durchaus so vertreten. Ich glaube, ihm geht das jetzt um die Definition, wer ist denn dann Deutsch, wem kann man den Pass wegnehmen und wem nicht, so, ne? Ja, da sehe ich halt die Gefahr von Sliberary Slope, sobald wir, also du hast jetzt einen sehr extremen Fall genommen, sobald wir da sagen, okay, das sind keine Deutschen mehr, was ist denn mit Leuten, die zehn Jahre hier sind und, keine Ahnung, irgendwas geklaut haben? Oder die... Ja, man müsste halt das genau definieren und, also man kann diese Position vertreten, finde ich, wenn man es genau, wenn man es irgendwie sinnvoll begründen kann, einfach, finde ich. So wie Schlomo das da argumentiert hat in dem Gespräch mit Erwin, könntest du so jedem, den die AfD als, ja, schädlich für Deutschland ansieht, die Staatsbürgerschaft wegnehmen, also... Okay, also ich habe es jetzt nicht gehört, aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht ganz so vorstellen, aber... So wie er das argumentiert hat, er hat ja keine Kriterien genannt, keine allgemeinen, das war ja das Problem, sondern er hat immer nur damit argumentiert, ja, dieser konkrete Fall, um den es ihm jetzt ging, der sei ja, der würde ja offen feindlich zu Deutschland stehen und solchen Leuten könnte man, könnte man die Staatsbürgerschaft wegnehmen und dass die Fragen nicht sagen, müssen wir jetzt Schlomo hier haben, damit wir ihn fragen könnten, das ist immer ein bisschen blöd, wenn man über Aussagen von dem Dritten redet. Ja, genau, ich habe... Also wir sollten Schlomo hierher und das ist eine gute Aussage, ja. Wir organisieren einfach den Torgagitator gegen Schlomo und wir machen den Schiedsrichter. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was er da genau gesagt hat, deswegen schwierig, ohne ihn das zu besprechen, richtig. Aber, hast du da gesagt, Schlomo ist ja nicht der Politiker, der den Gesetzestext schreiben wird, sondern in dem Fall wäre es dann vermutlich am erstesten, zum Beispiel die AfD oder DSW oder sonst irgendwas. Deswegen ist ein Höcke, weder ein Höcke noch eine Weide, noch irgendwer von denen schreibt irgendwas. Die setzen nicht das Parteiprogramm auf, die setzen gar nichts. Das machen am Ende die Fachpolitiker, die am Ende über die Liste in den Bundestag kommen. Da hat einen Höcke nicht so, na gut, ein gewisses Maß, da mitzureden, aber er gestaltet das nicht. Auch, das ist halt nicht sein Bereich, wo er weiß, was wie fern umzusetzen ist. Mhm. Hier schreibt die Xperia, alle vor 2015 sind safe. Ja. Einfach so ein zeitliches Limit setzen. Ich hätte dementsprechend natürlich nochmal zwei Fragen, die natürlich immer gestellt werden müssen. Oh, ich weiß schon welche. Ich glaube, ihr wisst schon, worauf es sich naushält. Du hast ja vorhin gesagt, als wir über J.K. Rowling geredet haben, dass du ja auch die Bücher gut fändest, oder nicht? Ja. Ah, die zuerst. Würdest du sagen, die Weasleys sind woke oder nicht woke? Nein, die Frage ist... Das ist die falsche Frage, mein Gott. Ob die Weasleys rechts sind, ist die Frage. Links oder rechts? Sind die Weasleys rechts? Ich würde sagen, nach allem, woran ich mich erinnere, nein. Aber... Nach heutigem Standard, sagen wir mal so. Nach heutigem Standard, genau. Würden die Medien die als böse Rechte framen? Oder die Woken, so eine Shoyoka oder so. Also, ja, okay, so eine Shoyoka wahrscheinlich schon. Ja, gut. Ich glaube auch. Gute Antwort. Wir haben es schließlich mit einer Großfamilie zu tun, die Weas ist. Und viele Kinder hat. Und viele Kinder hat. Und sogar kritisch sind der Zauberregierung da gegenüber. Die sind der Widerstand. Das sind Reichsbürger. Quasi. In Shoyokas Augen wahrscheinlich schon, ja. Hat er jetzt Lord Voldemort als rechtseingeordnete Szenen? Die ganzen Moggeln. Also, das ist ja schon ziemlich eindeutig die Referenz, die der eigentlich auch macht. Ja, er war quasi ein Rassist, würde man sagen, ne? Die ganzen Moggeln. Ja. Bei Smuggeln sei ein Rassist, das ist schwierig. Die zweite Frage ist da. Okay. Okay, wir stellen uns einen fairen Boxkampf vor. Bist du in einem fairen Boxkampf? Warte, lass mich das Szenario bauen. Moment, 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 Moment. Wir machen es erstmal stumpf, okay. Okay. Wie viele Frauen kannst du unboxen? Kommt auf die Frauen an. Wahrscheinlich eher Durchschnittsfrauen. Und deswegen wollte ich ihm das Szenario vorstellen. Wie viele Durchschnittsfrauen kannst du unboxen? Wir halten es erstmal einfach. Aber du musst nicht mehr die Regeln erklären. Sie stehen in einer Reihe vor dir. Und wenn du eine K.O. geschlagen hast, kommt die nächste. Die muss aber K.O. sein. In einer Minute. Das war immer noch nicht der Grundgedanke hinter der Frage. Der Grundgedanke war ja eigentlich gleichzeitig in einem Kampf. Wie viele kannst du umpacken? Das war ja immer der Grundgedanke. Wie gesagt, ich kann nicht boxen. Eine? Okay, also... Eine? Okay. Ich glaube, wenn es Pandas wären, dann wären es ja schon ein paar mehr. Aber gut. Oha, also ich mit meinen 2,10 Meter. Getatsch für euch. Also die Antwort von deinem Mann war ja innerhalb von einer Minute. Vier bis fünf Stück. War doch, glaube ich, oder? Vier bis fünf Teil, glaube ich. Ja, ungefähr. Ja. Okay, das war richtig wichtig. So, haben wir noch was zu besprechen? Hast du vielleicht noch irgendwelche Fragen, Agitator? Nee, nee. Also ich freue mich, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. War ein ziemlich langer Talk. Und wünsche euch auch ein schönes neues Jahr dann noch. Ja, sehr gerne. Und danke auf jeden Fall. Wünsche ich dir auch. Freut mich auch sehr, dass du vorbeigeschaut hast. Können wir vielleicht ja demnächst nochmal irgendwann machen. Kannst dich gerne melden. Oder wir melden uns bei dir. War sehr angenehm. Ich wünsche dir dann auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hast du schon irgendwelche Vorsätze? Magst du sie uns verraten fürs neue Jahr? Gott, nee. Okay, alles klar. Sehr gut. Dann wünsche ich auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend, mein lieber. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Einen guten Rutsch auf jeden Fall. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.